Meine Damen und Herren, Sie sind dabei. Es war Ostern und das ist auch schon fast vorbei. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Das stimmt. Das kommt ja nach Ostern. Das ist ja wieder fantastisch, wie du mitdenkst. Hallo, mein Name ist Fleischhammer und ich bin nicht der Osterhase. Und bin ich Barbara Elichmann. Schwierig. Ja. Ja. Stimmt, Ostern. Können wir jetzt gar nicht drüber sprechen, weil heute ist Donnerstag. Ja, das ist vor Ostern. Grün Donnerstag ist heute. Was heißt das eigentlich? Wissen wir noch gar nicht, was abgegangen ist. Was passiert ist an Ostern? Ja, meistens, also in letzter Zeit war es zumindest so, dass häufig, wenn wir die Aufnahme hatten, der spannende Teil dann danach passiert ist. Ja, genau. Weil die Welt weiß, die zwei nehmen jetzt gleich auf und... Genau. Und lass die mal nicht beunruhigen. Lass sie mal ganz gechillt werden. Lass sie mal danach die Welt untergehen. Ja, so ist es ja wahrscheinlich. Oh Gott, ich muss... Warte kurz. Musst du niesen? Gehen weiter ab. Niesen. Niesen, du hast du... Warum warst du, mein Schatzi? Jetzt wieder? Das Ding hier weggesegelt, hast du gesehen? Ja, hab's gesehen. Das kommt immer runtergesägt. Gesägt. Ja. Ach, komm mal, ich komm mal nach Hause. Ja. Diese Hautschwester. Guten Tag. Äh, genau. Was war denn beim letzten Mal? Was war beim letzten Mal? Was danach passiert ist, meinst du? Ja. Boah, weiß ich nicht mehr. Wichtiges als diesen Podcast gibt's ja kaum. Ja, stimmt. Nein, natürlich gibt's Wichtiges. Definitiv, der Podcast ist nicht sonderlich wichtig. Aber ein wichtiger Bestandteil wird wahrscheinlich für... Italien hat kurz danach Chatschie-BT verboten. Ja. Italien hat Chatschie-BT verboten. Ah, ist sogar schon fix. Das ist durch schon. Also nach unserer Folge haben die drüber gesprochen, glaube ich. Und wir sind drei Tage später. Das ist zufällig, wenn die jetzt anfangen, Lieder zu schreiben. Ich sag, wenn es jetzt Arbeit ist. Und jetzt darfst du das nicht mehr benutzen in Italien. Und Deutschland überlegt schon. Ja. Ja, ist doch eine gefährliche Sache. Das ist gefährlich. Fährliche Sache. Ich hab da jetzt aber nicht weiter irgendwie. Ich hab mir ein paar Kindergeschichten weiter machen lassen und sowas. Aber sonst hab ich da... Ich hab eine Bewerbung geschrieben damit. Mhm. Das hab ich schon mal erzählt, glaube ich. Aber ich hab nur was benutzt daraus. Nicht wirklich... Wie du das grad formuliert hast. Ich hab es nur benutzt. Ja, genau. Er hat es mir gemacht. Und dann hab ich es genommen. Hab ich es mir genommen. Und dann hab ich es benutzt. Nee, war dann doch zu hochtragen. Zu wenig ich. Und dann hab ich das umgeschrieben wieder. Ja. War aber erfolgreich. Ja, ich glaube auch, das ist halt Inspiration. Dafür ist es wirklich gut. Und dafür taugt es auch. Aber so hundertprozentige Sachen... Also ich hab mir auch alle möglichen Videos jetzt noch zwischendurch angeguckt. Und auch von Midjourney. Das ist ja mittlerweile kosten... Also du kannst Midjourney nur als kostenpflichtige Version nutzen. Das haben sie abgeschaltet, weil so viel Humor gemacht worden ist mit der kostenfreien Version. Echt? Aber da kriegst du ja für den 10er oder sowas. Das ist ja über den Discord oder sowas, ne? Aber das ist ja nicht richtig. Ja, genau. Man muss sich da irgendwie über die Seite anmelden. Und dann... Das kannst du auch... Wenn du einen 10er einbimmst, kannst du in deinem eigenen Discord einbinden. Ja, stimmt. Weil der öffentliche Teil, das ist so ein bisschen, das ist schon wild. Da laufen die Bilder durcheinander und übereinander. Und ob du dann eigene Ergebnisse findest. Also ich hab das einmal ganz am Anfang als frisch war genutzt, aber dann auch nicht mehr. Ich weiß, dass der Ponyhof, weißt du, der Streamer und YouTuber, der macht damit teilweise Thumbnails für seine Videos. Echt, ja? Ja, ob du es erfolgreich ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber... Ja, verstehe. Das wäre mir auch... Wie viel davon wird er benutzen, wie viel nicht? Äh, aber... Okay. Ja, ich muss sagen, ich persönlich finde es... Finde es Quatsch. Also das als Thumbnail zu nutzen. Das ist... Das grenzt für mich dann an Clickbait. Weißt du, wenn du was in dem Thumbnail zu sehen hast von einem Video, was überhaupt nicht im Spiel vorkommt, ist die Frage... Das ist halt eine philosophische Frage, ne? Ob du das... Willst du da im... Willst du vom Thumbnail haben, was im Spiel auch vorkommt? Oder willst du einfach nur das beschreiben? Weißt du, die... Ja, ja, eben, ja. Aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich, dass er das da... Also nicht ausschließlich. Der hat... Ich hab nur... Er macht... Es ist immer so, da ist... Wann ist der frei? Wann ist der frei? Oh Gott, ich bin noch müde. Entschuldigung, ich hab hier vor der Aufnahme wieder geschlafen. Wann ist der wach? Der schreibt halt immer, glaube ich, schon um 3 Uhr die ersten Tweets. Also der steht praktisch immer um 3 Uhr auf. Und ist dann schon am Arbeiten und... Der macht amerikanische... Der macht amerikanische Fernsehen, ne? Also das ist... Ja. Ja, der macht ja schon extra, damit... Seine... Englischsprache, genau. Ja, er ist halt... Er spricht halt Englisch. Er ist eigentlich hier in Deutschland irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wo der wohnt ist mir auch. Jetzt bei den Amis aufgew... Also der hat in der Nähe von der Kaserne ist er aufgewachsen und ist da ganz oft hingegangen. Und dadurch kann er eigentlich ein perfektes Englisch oder amerikanisch... Ja doch, bei ihm hört man auch diesen deutschen Dialekt kaum noch. Man hört ihn noch, aber... Das war auch sehr authentisches Amerikanisch. Ja. Aber das war bei uns oft so. In meiner Jugend hatte ich auch einen Freund. Also wir waren... Wir sind... Ich bin ja bei Hanau aufgewachsen. Oder in der Nähe von Hanau aufgewachsen. Und in meiner Jugend hatte ich mal einen Freund, ja. Ja, das ist ja. Heute nur noch dich. Und da ist ja in Hanau Wolfgang, ist ja die... Eine Kaserne und die PX ganz groß und die Bowling Alley und der Rotten Gun Club. Das ist zwar nicht direkt daneben dran, aber das ist in der Nähe da, wo auch das Kraftwerk ist. Und da waren wir als Jugendliche halt oft unterwegs. Also gerade zu Zeiten, wo der Führerschein frisch war. Ein Freund von mir war älter als ich. Ein Jahr oder zwei ist der ein Jahr. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der war 73 geboren. Der hatte schon einen Führerschein. Und dann sind wir immer zu den Amis gefahren und haben immer bei den Taxifahrern... Das war mein erstes Wort, was ich gelernt habe. Can you change? Nämlich hier die D-Mark in den Dollar. Und dann sind wir auf die Bowling Alley, also auf die Bowling Bahn gefahren. Und haben dort Taco Salad gegessen. Das war so unser Highlight am Wochenende. Weißt du, sie haben den Samstag beim Amerikanern verbringen. Und Taco Salad, das ist so praktisch... Das ist so die Cholestrien-Bomb bei Nummer eins. Das ist so ein Pappteller, weißt du, so ein Party-Teller, den man danach wegwirft. Und eine Schicht Tacos, so ein Taco Salad. Und dann kommt darauf Hackfleischsoße und Sour Cream und Onion Rings und... Na, wie heißt das hier? Chili? Nee, wie heißt das? Jalapeno, so Scheibchen. Und dann diesen... Wie heißt denn der? Dieser Nacho-Käse, dieser orange-gelbe Nacho-Käse, so flüssig drüber. Und dann hast du einen Riesenberg aus nur eigentlich Geschmacksträgern. Also an dem Taco Salad ist so viel Taco, das ist praktisch die Grundlage, damit es unten nicht durchweicht. Und dann ist es so ein Matsch aus Tacos, Hackfleisch, Käse, Schaf. Und dann gab es dazu einen Dr. Pepper oder Grape Soda. Also diese... Damals war das... Gibt es bei uns ja mittlerweile, glaube ich, auch teilweise so von Fanta, diese Traubenlimo. Damals war es Welch, war das? Also das war so die Marke bei einer Amerikanerin, Welch oder Welchs. Und ja, dann hatte ein Kumpel von mir, der war aus Kanada und der hatte dann diese... Wie heißt das? Nicht ID? Eurasion Card oder so, was heißt das Ding? Ich weiß das Wort nicht mehr genau. Das war praktisch so eine Berechtigungskarte, dass du in der PX einkaufen konntest. Und das war natürlich für uns der Hammer, weil 501 und ein paar Chucks waren damals ja als Jugendlicher unerschwinglich teuer. Also da hast du ja bei uns auch für ein paar Chucks hast du ja so 100 Mark bezahlt und 501, weiß ich nicht, 120 Mark. Und die hast du dann dort in der PX, hast du die für umgerechnet irgendwie 30 Mark bekommen und die Chucks irgendwie für 20. Also es waren praktisch die Chucks und 501 waren dort so die Standard-Jeans und die billigste... Achso, Jeans. 501, ich habe ja überlegt gerade, was ist 501, aber Jeans... Achso, ja, Kilibeis, ja. Da kenne ich es auch dann. Genau. So einfach die Jeans. Das war damals halt so der... Oder bei mir, ich habe immer die... Ich glaube, 601 genommen. Das waren die... Das sind etwas schmale geschnitten, sind die, glaube ich, als die 501. Mit Stretch. Nee, Quatsch. Damals war ich nicht so. Das war so eine Zeit... Als Jugendlicher war ich so eine Bodenstange eher. Ja. Groß und schlagsig. Ja, schlagsig. Groß. Geil, aber das stellt mir natürlich cool vor. Amerikanische Wochenenden. Ja, vor allen Dingen, das war ja auch dieses... Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass auf dem Gelände... Das war so ein großes Gelände, wo du praktisch erstmal an den Guards vorbei musstest. Und das waren die, die praktisch dieses Gelände bewachen. Und da durfte dann jeder rauf, oder? Du durftest rauf, ja, ja. Du musst deinen Ausweis mitnehmen. Du brauchst einen Ausweis, damit die das kontrollieren können, ob du... Weißt du? Ja, schon klar. Ja, verdammt, die halt nicht gut Englisch konnten. I take some French fries with mustard sauce. So was hat die dann immer... Also er konnte es noch besser. Der hatte dann so richtigen Slang drauf. Ja. Es war ein riesen Abenteuer immer, weil... Auch der Rotten Gun Club, das ist praktisch der Schützenverein, wenn du so möchtest, bei den Amerikanern. Und im Rotten Gun Club, das war nicht auf dem gleichen Gelände, das war in der Nähe. Und das war so in der Nähe von dem... Ist das Staudinger, heißt das Kraftwerk, glaube ich? Auf jeden Fall, dort in der Nähe gab es einen Parkplatz. Und da war immer, ich glaube, donnerstags war das All You Can Eat. Und haben die so ein Buffet aufgebaut. Dann gab es Square Dance. Das ist ja auch so, die Amerikaner ihr liebstes... Weißt du, so ein Country-Ding, so tanzen. Und die sind so super gesellig. Und dann sind wir da hin und haben Budweiser getrunken. Weißt du, das war alles außergewöhnlich. War alles besonders. Dann haben die die besonderen Kippen. Und dann hat er uns erklärt, ja, das sind richtig amerikanische Kippen. Da ist keine Chemie drin, die die besser schmecken machen. Das waren so... Vor uns, weiß ich noch, hat er seine Kippe zerrissen und hat sie so auf dem Tisch. Okay, das ist reiner Tabak. Vergleich es mal mit deiner. Mach mal von dir eine. Das habe ich damals noch geraucht. Und dann war wirklich der Tabak von unseren... Was weiß ich, Französisch, ich habe ja Gouloir geraucht oder die Camel oder sowas. Die waren wirklich kleine, auch teilweise Abfallstücke. Und denen kippten die, die sah richtig frisch aus und so. Und hat er wirklich recht gehabt. Also die war eine andere Art von Tabak da drin geschnitten. Ich kann mich noch erinnern, das hat mich total beeindruckt. Und nebendran war halt der Schütz, also Rotten Gun Club, wo die Amis ihre Waffen kaufen konnten und so ein Kram. Und ich weiß noch, ein Kumpel, der war so vorlaut. Der war relativ kurz, aber ein ziemlich cooler Typ, weil er halt Englisch konnte. Das war halt, weißt du, so... War er was, ja, ja. Ja, hat so was, war eine Persönlichkeit in dem Sinne. Und dann ist er da immer rein und hat so... Und ich weiß noch, wie es in den ersten Mal sind wir in diesen Laden da rein. Mit seinen, weißt du, er mit noch mir dabei. Ich glaube, noch ein anderer Kumpel oder die Freundin oder sowas. Und der Typ guckt auf einmal voll sauer, greift unter seine Theke, holt so eine abgesägte Shotgun raus, lädt durch. Und ich so, fuck, was geht denn hier ab? Und dann hat er nur Spaß gemacht, da hat er den verarscht. Und du hättest mal meinen Kumpel sehen sollen, der hat geguckt, die Augen groß und hat gesagt, fuck, was hab ich jetzt gesagt? Oh mein Gott. Du hast ja als Jugendlicher nie eine Waffe gesehen, also geschweige denn eine echte. Ja, ja, ja. Und der abgesägte hängt ja dir denn vor. Ja, so eine kurze, ich weiß nicht, ob es abgesägt war, aber zumindest der Schaft war kurz, die an die Schulter zu legen. Oh, Mann. Oh, da haben wir geschwitzt. Ich hab so geguckt, hast du, Thorsten? Was macht die? Und dann hat der, hat der, hat der, der Waffenträger sozusagen gelacht denn und dann. Ja, der hat dann, hat dann, hat dann, hat dann gesagt, ja, sein, sein, war nur ein Spaß, bla 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 und ist wieder. Dann war alles okay, dann haben wir geklatscht. Ich arbeite hier gar nicht. Haben uns die Sachen halt angeguckt, die da so waren. Ja, da musst du schon ein bisschen aufpassen, weil du durftest ja, als Deutscher durftest du eigentlich da nicht so, also du darfst Waffen natürlich nicht kaufen, ist ja völlig klar. Klar. Aber so den Tag, ich weiß nicht, gab es Pastaabend, da gab es halt ohne Ende Bolognese-Soße und Nudeln, ja, da konntest du essen, bis du, bis du umfällst. Und da sind wir halt ab und zu mal hingegangen und haben uns was zu essen geholt und haben da in Square den Leuten zugeguckt und ein Bierchen getrunken oder eine Limo oder sowas. Ich stelle mir jetzt sozusagen vor, das ist schon eine Kaserne und, 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 sagen wir mal, militärische Länder, aber die haben da so nebendran halt so eine Casual Area, wo du denn, wo die denn die Soldaten sozusagen Zeit vertreiben können in amerikanischen Bahnen. Ja, also es gibt die, es gibt die, es gibt die Housing Area, das ist praktisch, wo die Leute wohnen, also wo die in den Kasernen halt drin sind, die Amerikaner. Ich habe ja später, das ist ja auch, da bin ich ja vielleicht schon wieder zurück, ich habe ja mal später für die Amerikaner gearbeitet und habe EDV gemacht. Das war ja immer die Anfänger meiner, meiner Zeit. Und, ähm, die Kasernen werden bewacht durch zwar Amerikaner, aber die eigentlich nicht beim Militär sind, sondern es sind Sicherheitsunternehmen, die das machen. Also die, ein, ein amerikanischer Soldat bewacht nicht seine eigene Kaserne, sondern es war in Deutschland, ist es gesetzlich irgendwie nicht erlaubt. Du brauchst praktisch einen Wachdienst, der diese Kaserne bewacht, sozusagen. Und, und es gibt halt die Housing Area, wo die Leute wohnen und dann diese, ähm, dieser Bereich, wo diese, ähm, PX war, wo diese, ähm, Balling Alley war. Und neben der PX gab es noch, äh, Baskin Robbins, das ist so ein, ähm, ich glaube so heißen die, heißen die Baskin Robbins. Ich weiß nicht, ob meine Gedanken, weiß ja, irgendwelche amerikanischen Worte da formen, die jetzt wahrscheinlich gar nicht stimmen. Ich habe das zusammen nudelt, ja. Nee, aber so, so war das, das Baskin Robbins ist so ein, so ein, so eine Eiskette, die praktisch irgendwie, boah, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sorten haben, aber nicht wie bei uns so Schoko, Vanille, Erdbeer, sondern das war halt dann so, äh, Cookie Crush war dann praktisch so, äh, die gab, gibt's bei uns heute ja standardmäßig, die, diese Oreo-Kekse, weißt du, in Vanille-Eis. Ja. So gecrusht, so, so, so geschreddert und dann in Vanille-Eis. Und sowas hatten die damals schon da. Ja, und dann gab's Butterfinger, das war halt so die, das war praktisch mit, ähm, Erdnuss und Karamell, so verrührt. Ähm, und dann konntest du so für, ich glaube, das waren damals 18 Dollar, konntest du, äh, two gallons, also zwei Gallonen, solche, ähm, so, 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 so große Pappbecher und die haben die dann vor dir befüllt. Also die haben praktisch aus diesen Riesenpötten, wo die das Eis rausgeholt haben, haben die dann so, so Riesenpappbecher befüllt, die konntest du mir nach Hause nehmen. Da hatte ich hier, hatte ich, über wie viele Tage hatte ich Butterfinger und irgendwie so Cookie Crush hatte ich so zwei Riesen. Und wie hast du nach Hause gekriegt? Da musst du ja dann irgendwie, ja, gefahren. Damit du nicht wegschmilzt. Genau, ja, da hat mich dann zu Hause abgesetzt und hab ich's ins Eisfach getan. Schnell, schnell, schnell. Aber man weiß ja selber, wenn man in seinem heimischen Eisfach Eis einfriert und das so, dann wird das meist zu fest und zu kristallin. Ja, aber das war der Hammer, das war für uns als Kids, war das halt der Oberhammer. Also gerade die Bowling-Allee, musst dir vorstellen, eine Riesen-Bowling-Anlage mit wie viel Bahnen nebeneinander, dann gab's dort halt auch so ganze Sachen, die es bei uns nicht gab. Also da gab's dann ein Mortal Kombat-Automat, wo du für 50 Cent, oder ein Quarter, nee, es war nur ein Quarter, Viertel Dollar, Mortal Kombat zocken konntest. Das war ja bei uns unglaublich, ja, diese ganzen Automaten, die da bei uns nur mit irgendwie 18, na gut, wir waren ja selber volljährig. Auf jeden Fall gab's dort Dinge, die gab's bei uns nicht. Und es gab die Bandits, die einarbigen Banditen. Das sind so Slot-Maschinen, Slot-Maschinen heißt das, genau, Glücksspiel. Oha. Die haben eine viel höhere Ausschüttungsquote gehabt als bei uns. Und wir sind teilweise, ich weiß noch, mit meinem Bruder waren wir da, wir haben meistens, ich glaub, 20 Mark, waren damals 10 Dollar, ja, das kommt ungefähr hin, und haben das getauscht mit dem Taxifahrer. Das war natürlich ein schlechterer Kurs, die Taxifahrer haben ja auch noch für sich abgezwackt. Du konntest auch beim McDonald's teilweise Dollar bekommen, weil da Amerikaner ja mit Dollar bezahlen durften in der Nähe von den Kasernen. Ja. Und wir haben teilweise in den Automaten, wir hatten 10 Dollar und ein Quarter kam da rein und teilweise, mein Bruder hatte einmal Glück, den einzelnen Abend, wir haben bestimmt 40, 50 Dollar da rausgeholt. Wir hatten einen super Abend, wir haben den ganzen Abend gegessen, getrunken, gezockt. Also wirklich, die Ausschüttung war bei diesen einen Amerikaner war der Hammer. Also du hast eigentlich immer was gewonnen. Aber das muss ja denn, das muss ja denn schon amerikanisches Gebiet sein, weil das ja nicht, genau, okay, also vom Gesetz her ist es amerikanisches Gebiet, nur die Außengrenze darf halt wahrscheinlich nicht von amerikanischen Soldaten bewacht werden, weil der ja dann stationiert ist auf deutschem Gebiet, weißt du, und das darf nicht sein. Also bei der Zufahrt bist du kontrolliert worden, beim Rausfahren, ich weiß noch, der hat ja einmal uns hinterher gerufen, wir sind ohne Gurte rausgefahren und dann hat er irgendwie was gebrüllt, I give you a ticket und ich so und ich wusste, ich konnte kein gutes Englisch, weißt du, das war ja für mich, ich konnte can you change und das war für mich schon total aufregend, da was zu bestellen, weißt du, also ich musste immer, wie heißt das nochmal, was muss man da sagen, hab ich immer zu einem Freund gesagt. Und der hat ihm halt praktisch gesagt, er soll bitte sein scheiß Gurt anlegen, damit er ihm nicht ein Ticket geben muss, wenn wir da rausfahren und so. Die Amis waren immer super freundlich und für uns war es halt samstags, ich glaube, es war immer der erste Samstag im Monat, der letzte Samstag im Monat war halt diese Garage, da war im, gerade im Eingangsbereich war so eine kleine Garage und da haben die Videospiele verdealt, die ganzen neuesten und es war ja damals noch so, es ist ja nicht so, ein Spiel kommt raus, es kommt überall weltweit raus, sondern es war ja teilweise Monate, wenn nicht ein Jahr später und dann gab es halt die ganzen, ich weiß noch, wie heißt es hier, Lyle Wars, das ist ja das... Nintendo 64. Ja genau und das... Star Fox. Oder SNES Star Fox, genau, Star Fox war das das Neueste, war glaube ich aber SNES. Ja, ja. SNES, das zweite oder das erste, nee das erste. Ja, ja, das war SNES, genau und das kam da, das war dann schon da und wir konnten Star Fox spielen, also ein Boss, entweder hast du die Konsole aufgeschraubt bei uns oder es gab dann später diese Adapter, gab es ja dann auch diese, am Anfang war es ja nur ein mechanisches Ding, weil die amerikanisch, das Super Famicom, das war ja, hat einen vierjährigen Slot gehabt und die deutsche oder die europäische Version vom Super Nintendo hat einen ovalen Slot gehabt, also die Ecken. Dann konntest du entweder dein SNES kaputt sägen. Die waren unterschiedlich, also die waren auch so unterschiedlich, dass man den Ding dann ja nicht reingekriegt hat. Ja, mechanisch nicht gepasst hat. Wir haben dann teilweise, ich glaube ich habe meinen, habe ich zersägt oder er hat seinen zersägt und also und später wurde es ja sogar dann mit dem, das war ja dann diese Region Lock, also diese Regionssperre, dass du halt nicht... Also dass du praktisch kein amerikanisches Modul in einem deutschen oder in einem europäischen Gerät abspielen konntest und umgekehrt und dann gab es ja diese Adapter, die wie so ein Winkel waren, weißt du, wo du... Also senkrecht hat das neue Modul drin gesteckt und hinten waagrecht musstest du ein deutsches Modul dranstecken, damit er praktisch irgendwie diesen Bootloader sagt, ah, ich bin deutsches Modul und dann hat er hihihi hinten dran eine Ami da geladen oder eine Japaner oder sowas. Okay. So war das beim Super Nintendo, ja. Ja, es war aufregend, es war geil, also für Videospiele und Zocken und auch außergewöhnliche Dinge essen, Mikrowellenpopcorn war ja, es war ja was ganz Außergewöhnliches und oder Nachokäse aus der Sprühdose. Über welchen Zeitraum reden wir gerade? So 80er wahrscheinlich, ne? Warte mal, ich habe meinen Führerschein, das muss... Nee, 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 ist 90er. Echt? Ich habe meinen Führerschein, habe ich glaube ich 93 gemacht. Also so um die Zeit rum. Um die Zeit, also ich hatte noch kein Auto, das muss davor gewesen sein, Anfang der 90er, ja. Wann starb Kurt? Kurt, Kurt. Der war schon 94, meine ich. Weiß ich, ja, kann sein. Oder 93. Weiß ich nicht mehr, also... Musst du doch einordnen können. Ich habe dann, ich habe dann, nee, es war für mich, Musik war für mich damals, ich habe nie wirklich Musik, ich habe die Musik gehört, die meine Eltern gehört haben, ich war nicht so musikinteressiert irgendwie. Pur. Pur habe ich auch gehört, ja, fand ich auch gut. Komm mit mir. Nee, wenn sie diesen Tango tanzen, fand ich schlimm. Kennst du das? Jetzt, ey, willst du mir jetzt mit... Nee, kann ich nicht. Kenn ich gerade, wahrscheinlich, kenn ich es schon, willst du jetzt nicht zugeben, nee, wahrscheinlich kommt es nicht bei mir an. Eine alte Frau, die gerne Tango tanzt und erinnert sich, wie sie mit ihrem Mann früher getanzt hat und so ein Kram, weil er jetzt schon tot ist seit Jahren und so ein Kram. Das war wirklich, wie hat man, mein Kumpel hat immer gesagt, Samenziehermusik. Weißt du, ich weiß auch nicht, wie er da drauf gekommen ist. So dieses, dieses... Wie so ein Samenzieher. Keine Ahnung, das stand auf seiner Kassette drauf, das ist mir gerade so eingefallen. Seine Mix ist so gedacht. Da waren nur so Lieder drauf, die so pur und die halt irgendwie so dramatisch und melancholisch oder... Oh mein Gott. Ja, ich weiß noch. Oh mein Gott. Ja. Gott kommt da gerade... Wenn ich geschlafen habe, bricht gerade mein Kopf auf und holt so einen Mist raus. Ja, ja, ich merke das schon. Hier steht auch nicht viel. Hier steht amerikanische Kasernen besucht und wenn ich jetzt noch schreibe, äh, äh... Das müssen wir später ausformulieren. Das haben Sie ja Musik, denn... Nein, das ist... Da kommen wir heute nicht weiter. Es war ja eine Zeit lang auch noch wirklich, dass du Kassetten hattest. Also das war so das Ende der Kassetten. Und ich hatte Spä-CDs. Ich weiß, ich habe mir irgendwann mal einen Technik-Discman über einen Kumpel, der war wahrscheinlich vom Laster gefallen. Das war so etwas Besonderes, konnte man sich kaum leisten zu dem Zeitpunkt, also preislich gesehen. Ja, ja. Und, ähm, dann wollte ich das im Auto einbauen und das war total schwierig, weil CD-Player, die im Auto funktionieren, waren total schwer, weil wenn du nur ein bisschen Erschüttung hattest, ist die CD gesprungen. Und dann weiß ich noch, hatte ich mir im Auto eingebaut so einen Schwanenhals mit einer Platte, die so schwingend gelagert war, wo der Discman draufkam. Ja, okay, okay. Das hat man im Beifahrersitz an der Schiene und der Sitzschiene an der Schraube fest montiert, also der kam praktisch aus dem Beifahrerraum raus, so über den Schaltknüppel. Und da war da so eine Platte drauf, die war so gelagert, dass das praktisch die Erschütterung wegschwingt und darauf hast du wiederum den Discman geschnallt. Und dann hast du ein Kabel gehabt, ein Cinch-Kabel ans Autoradio und hast das ins Auto reingemacht. Und bei richtig, ich hatte halt so einen tiefer gelegten Sonder Civic und das hat trotzdem nicht so ganz gut funktioniert. Die CDs sind mir trotzdem gesprungen. Wenn ich mir gut vorstelle, du hattest mal einen tiefer gelegten Sonder Civic, echt, ja? Ja, mit Federn, also nichts, kein Fahrwerk, das war... Nee, schon klar auch. Oma hatte immer die tiefer gelegt, also der hat immer Geld investiert, weißt du, rote Kronis mussten sein. Der hatte echtes Material, ich wäre auch so ein Typ gewesen, der hätte nur Federn gemacht. Ja, ich hatte nur Federn. Die waren nicht so teuer auch. Und vielleicht einen Sportauspuff, weil Sportauspuff hatte ich nur vom letzten drauf. Mein Bruder, ganz schön laut die Karriere, aber geil, oder? Ach, was ein Scheiß. Weiß ich nicht. Ja. Da habe ich mir, weiß ich, bei Remus habe ich mir einen Auspuff bestellt. Was? Das war praktisch, also war ja... Das ist ja... Das war ganz am Ende meiner Honda Civic-Reihe. Da habe ich schon richtig Geld verdient zu der Zeit. Der ist selbst geschweißt, so ein Ding. Das hat jeder gesessen. Nee, ich habe auch Remus, der war so gebogen, so breit und nach oben, also so oval. Ach du Scheiße, echt? So ein Ding hast du genommen? Ja, hat so ein Civic-Cuts gut gepasst, optisch. Okay. Da gab es ja auch damals diese Ofenrohre, weißt du? Naja, eben. Wo Leute ein Gitter dahinter geschweißt haben, dass niemand drin schläft im Auspuff, weißt du? Wenn nicht, wenn ich morgens beim Starten den Intes mit rausballerst. Boah, dann katz ich da. Aber, 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 was will ich jetzt sagen, ja, also so ein Remus ist natürlich immer eine krasse Sache, aber ehrlich, so nach oben gebogen, das war doch... Die haben doch für mich, für mich haben die japanischen immer dieses Ofenrohr. Je größer, desto kleiner. Auf dem Treffen definitiv, also da haben sie die, und da musste der hinten auch richtig angelaufen sein, weil er so viel Hitze da rausgeballert hat. Der muss richtig, genau, der macht 200.000 Grad ab. Das war ja auf dem Auto, ich hatte ja einen 1.4er oder einen 6er oder so, ne, damals war glaube ich noch ein 6er, waren so die kleinen Motoren mit neuesten Space. Ja, nee, das waren schon, war das nicht, ist das schon nicht ein Großteil gewesen? Ja, es gab nur noch darüber den, den, äh, RSX, ne, GSX, ach, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Das war keine Rennversion, es gab den, ne. NSX? Nee, NSX war ja dann praktisch die... Achso, nee, das ist nochmal der ganz andere. So ein Acura oder sowas, nee, ein Honda Civic, ein 6er, meine ich, ganz normal, Sauger... V-Tec? Ja, V-Tec gab's dann, genau, da gab's dann den, ach stimmt, wie hieß der Ding? Wahrscheinlich jetzt die Zuhörer hier vom Dings. Ja, CRX hieß der. CRX? Honda Civic CRX, das waren die Getuneden mit DVO, D, doppelliegenden Nockenweller, verstellbar. Ja, also der hat ja diesen verstellbaren Ventilhub gehabt, irgendwas, weißt du, was so automatisch war, je nach Last. Das ist der V-Tec. Das war der V-Tec, ne, das war ja die Technik davon. Ja, das ist eine Variable der Ventilführung, oder? Dass du vorher wenig saugst und später richtig aufmachen kannst und solche Sachen, ja. Ja, das war damals, wenn du so Dinge hattest, war es der König, der fahrende Türkei hieß das bei uns. Du, der Honda Civic, das war immer mein, nicht Angstauto, sondern das war immer das Auto, was der Golf 4 meiner Mutter auf jeden Fall nicht besiegen konnte. Besiegen, wie der Endboss. Das war der Endboss, ja. Der war nicht schlecht, der 100 PS, 1,6er Maschine, war aber ein Variant, deswegen immer relativ schwer, aber auch schwer, weil ich immer Leute drin hatte und die waren voll, also die waren hundertprozentig voll. Also das Auto war voll. Die Leute voll und das Auto voll. Ja, das war auch, 6,8 CD-Wechsler, das war natürlich der heiße Scheiß, original, im Originalradio, das ist ja auch, 17 Zoll Alufelgen, aber ein Honda Civic. 17 Zoll schon, oh krass, das war viel damals. Da habe ich auch zwei kaputt gekriegt. 13 war Standard, so. Oh meine. Einmal, glaube ich, hat meine Mutter gar nicht gemerkt, habe ich einfach eine neue Felge reingeschummelt. Borbett war das, ne, das war so eine Marke, die man damals... Exakt. Nee, nee, also mein Vater arbeitete ja bei RTU, RTU war so der große Herr, der Dealer, wisst ihr? Ja, ja. Und dann war das eine Aluette oder sowas, aber die sind immer irgendwo angelehnt gewesen, so. An den Original, genau, ja. Ja, ja, genau. Ich weiß damals, wenn der BBS... So ein richtig Tiefbett auch, ne, also die ging richtig... Ja, ich weiß, ein Kumpel, der hatte einen, also einer in dieser Clique damals, das war ja schon, wurde Führerschein, wo ich schon länger hatte, der hatte einen von Abt, einen Golf. Da hat er hinten in den Rückscheiben, Golf 4, müsste es gewesen sein, oder Golf 3, bin ich gerade unsicher. Und da hat er hinten in den Seitenscheiben, hat der Abt so eingeätzt gehabt, in den Glasscheiben. Das wurde eingeätzt, also die war verspiegelt und dann Abt eingeätzt und der hatte so ein, das war so ein rotbrauner Ton, das war so ein Sonderlack, der sah richtig geil aus, die Karre. Und hat gerotzt und Dings und also, wenn ich überlege, wie die Karre damals gefahren sind, nehme ich gar nicht. Also im Verhältnis zu heute, also modernes Fahrwerk von einem kleinen Polüchen oder sowas, hätte den damals im Grunde im Boden gefahren, allein nur fahrwerkstechnisch. Ja. Weißt du? Die waren nur hart, mehr konnten die nicht. Die waren nur hart, sind nur geduppt, deswegen hat die meisten Tuningfahrer, hatten ja im Rücken, weil die Bandscheibe das permanent zusammengedengelt wurde, dann hast du noch so ein paar harte Sitze drin gehabt. Ich weiß nicht, Ome seinen Polo, der hat ja so ein, haben ja nur geschraubt an den Karren, gebörtelt, weißt du, den Radlauf selber gebörtelt. Und, ich weiß noch einmal, hat das mit der Cola-Flasche probiert, das ging ganz gut. Diese fetten Glasflaschen, die haben einiges ausgehalten, bis sie halt platzen und dir die Hände zerschnippeln. Der hat immer so, ja, kannst Gas geben. Genau, genau, hinten eingeklemmt. Der Reifen hat so den selber umgebörtelt. Den Radlauf umgebörtelt, also hinten anheben, Flasche dazwischen, absetzen und dann einmal vor und zurück rollen. Und er hat einmal, es ist ihm so eine Cola-Flasche in der Hand zerplatzt. Und dann haben wir später, ja, hat er sich böse geschnitten. Und dann haben wir, später hat er so, so ein, so ein großes Alu-Rohr. Ein Freund von uns war Zersparnungsmechaniker, hieß das dann später. Und, ähm, der hat dann ein dickes Rohr, ein stabiles besorgt und das, ja, dann, weißt du, hinten warm machen oder halt das Risiko eingehen, dass der Lack reißt. Das musst du halt entscheiden. Das musst du entscheiden, ja. Ja, und dann hast du immer, dann gab's die, wo du Janshut auch sah, dann gab's die, die nochmal so Plastik drüber geklebt haben, damit man sie sieht. Und dann gab's die, die einfach nur die Rostlöser-Farbe drüber hatten. Ja, oder einfach Grundierung drüber, ja. Hätte nicht weiter Rostlöser oder Grundierung, genau. Genau, ich war dann der Grundierungstück. Nicht Rostlöser, schon, ja, Grundierung, genau. Wurde zu rot, richtig dunkelrot oder grau. Grau. Ich hatte, ich hatte, ich hatte mein, 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 ähm, ähm, ah na, nicht Corrado. Also, ähm, ja, von VW, verdammt, bin ich doof, wie heißt das Ding jetzt? Äh, Golf, Polo, Passat, Vento, war, ne, sportlich, schräg, gab's Spiegel. Ne, sportlich, R32, ne. Nein, 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 ähm, oh, das fällt mir jetzt nicht ein. Schlimm, das ist, gleich fällt's mir wieder ein. Aber was könntest du denn ein, wie viel mehr gibt's doch gar nicht. Ach, Corrado, äh, äh. Nicht Corrado, Vorgänger Corrado. Ja, ja, ich bin bei dir, äh, warte kurz. Ne, Corrado ist doch, glaub ich, auch. War auch ein Wind, war auf jeden Fall auch ein Wüstenwind oder sowas. Chirocco, danke. Chirocco GT2, genau. Und, äh, da hab ich mich, den hab ich frisch gehabt, frisch zugelassen. Am ersten Morgen zur Arbeit, halt damals schon wieder völlig verpennt morgens auf dem letzten Drücker. Bei uns im Ort so eine Kurve, die war extra mit der Leitplanke. Hm. Muss man was im Radio stellen, nicht hingeguckt und schön reingeklatscht. In die Leitplanke. Ja, in die Leitplanke, so die rechte, rechte Kotflügel. Einmal rüber, oder was? Ja, in die komplette Seite. Kotflügel war so much, dass ich nicht reparieren lasse und da bin ich bis zum Ende bisschen, bisschen verschrottet hab, hab ich ihn mit dem Werkstatt, wie heißt das, so Auslieferungskotflügel, so ein schwarzer, weißt du, so diese Grundgrundierung, die auf dem Blech ist, wenn du so einen Ersatzkotflügel kaufst. Das war auch so ein Auto. Nur Geld reingesteckt, das sah nie gut aus. Weißt du, ich hab das Ding gekauft, da hatte mich der Verkäufer bei einen Tisch gezogen, da waren die Scheinwerfer blind. Also da war praktisch Feuchtigkeit in den Scheinwerfern drin. Und der hatte aber vom GT2 die Scheinwerfer drin. Also es war kein GT2, aber der hatte alle GT2-Ausstattungen. Scheinwerfer, diese Doppelscheinwerfer, weißt du, diese kleinen vier gegen, ach, da sahen die Autos irgendwie noch geil aus zu der Zeit, fand ich. Ja. Und die waren halt blind, da musste ich neue kaufen, da weiß ich noch, bin ich zu, boah, wie hieß der, in Hanau gab es ein Auto-Zubehörteile, hab mir von Hela die Scheinwerfer-Watch gekauft. Das war nix hier. Weißt du, wie heutzutage kriegst du wahrscheinlich bei Ebay irgendwo aus Asien irgendwelche Nachgebauten. Damals musst du ein Original kaufen. Irgendwie damals, weiß ich nicht, 500 Mark oder so. Och, echt. So teuer waren die. Ich meine, es war auch ein schönes Auto, ne? Der Chirocco. Ja, fand ich schon, ja. Der hatte diesen Gummispoiler, der war ja Schrott. Der hatte ja so einen Fließheck mit so einem Gummispoiler. In der Gummispoiler war in der Sonne schon total morsch. Ja, der ist richtig schnell grau geworden, glaube ich, ne? Grau und morsch, ja. Hat so Risse gekriegt. Ich hatte damals halt gern Geld. Ich wollte diesen sportlichen Wagen, weil der hatte halt Sportsitze drin. Ich weiß noch, da kannst du dir so die Eier mitklemmen, wenn du falsch ausgestiegen bist über die Kante rüber, weil der so hohe Wangen hat. Und ich hatte unten, dann auch, da mussten ja Schrotgurte rein, ne? Ganz klar. Hier so über, äh, so ein Sechspunkt. In Blau? Ne, nicht Sechspunkt. Ne? Weiß nicht Sechspunkt? Ne, müsste ein Vierpunkt sein, oder? Oder Vierpunkt, Entschuldigung, eins. Vierpunkt, Sechskurt, durch die Beine noch durch. Ach so. Durch die Beine noch durch. Fünf, fünf Punkte vielleicht. Egal, versteh schon. Auf jeden Fall so eine Haardinge. Total dumm anzuziehen. Wenn ich einen Sitz sitze, hast du den hinter dem Rücken, musst du erstmal so rauskrümmeln hinter dem Rücken. Also, das ist totaler Dummfug. Weil du auch niemals die Sitzposition hast, dass du den Gurt richtig anreißen kannst. Weißt du, was ich meine? Und dass du es auch brauchst, ne? Dass es auch muss. Weil die Dinger haben ja keinen, die haben ja keinen Haken, ne? Je fester das du machst, desto sicherer bist du. Genau, aber du kannst ja nicht mehr drehen in der Karre. Du kannst dich nicht mehr drehen. Kriegst keinen Schulterblick mehr, nix. Du hast den Vorteil an so einem erfundenen Gurt, ne? Original ist ja, dass der dich beweglich lässt und wenn es darauf ankommt, dass er den Stand hält, ja? Aber das sind auch so Sachen, ne? Die habe ich alle gesehen und ich fand die alle toll und auch tieferlegen und sowas, ne? Ich hatte, mein erstes Auto war ein Seat Leon, 1.9er TDI mit 100 PS, wisst ihr? Der war super. Boah, super in Ordnung. Aber Diesel, Diesel hat ja auch Drehmoment, also es hat ja Spaß gemacht. Der hatte schön, der hatte Spaß, ne? Der hat Spaß gemacht, der konnte super sparsam fahren. Ähm, äh, ja und dann geht es aber los. Also, äh, was, das Auto war blau und auch in meinen Augen so schon schön, aber noch nicht ganz. Weißt du, da wollte ich einen denn, was habe ich gemacht? Ich habe, ich habe hinten Erzte-Aufkleber rauf gemacht. Mhm. Die Alufelgen gab es mit zu. Äh, und, und, und vorne habe ich das, äh, das Emblem rausgemacht. Und das war's, was, was mein, äh, mein Tun da dran war, weißt du? So, weil, weil ich wollte unbedingt auch tieferlegen, aber das kostet auch viel Geld. Das konntest du nicht kaum leisten, ne? Oder da gibt's, es gibt ganz einfache, gibt's, gab's so Chips, weißt du, die du so zwischenklemmen kannst. Dann hat das Ding nicht mehr 100, sondern hat das tatsächlich 140, 150 PS und fährt sparsamer. Aber allein, dass nur einer sagt, ja, aber das kann auch sein, dass der Motor Schaden nimmt, reicht mir schon. Und dann bin ich schon raus. Das schaffe ich nicht mehr, weißt du, so, dann, das ist so, Mann. Mhm, und dann habe ich den, ähm, also Fazit, ich habe den dann irgendwann verkauft an einen Kumpel von mir für, der hatte auch einen Motorschach, also der hatte dann eine kaputte Zylinderkopfdichtung, was nicht unbedingt ein Motorschaden ist, aber ich wollte halt das Geld nicht ausgeben. Und hatte gerade einen neuen Job gekriegt und habe relativ viel Geld auf einmal verdient und dann habe ich mir gedacht, nö, dann koste ich jetzt ein Audi. Und dann habe ich den verkauft und der hat, der ist da, der hat dann diesen Chip eingebaut, der hat das Ding tiefer gelegt, der hat das da nochmal 18 Zoll-Felgen drauf gemacht sogar. Und das sah so krass aus und, und der hat, der, der ist nochmal, ich habe ihn verkauft mit knapp 300.000 Kilometer. Oh, krass. Hab 800 Euro gekriegt für, er hat dann nochmal fast 500.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Zwischendurch gab es einen Motorwechsel und einen Turbowechsel. Das war es aber. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Und dann hat er das Ding für 1.200 Euro wieder verkauft, Faschist. Mhm. Der war nachher mehr wert als vorher. Und der hat das alles gemacht und das alles gehalten, weißt du. Und ich halt eben nicht, ich habe es nicht gemacht, weil ich Schiss hatte, dass da was passieren kann. Aber ich musste mit dem auch zur Arbeit nach Berlin fahren, das war halt super weit. Ja, dann hast du keinen Bock gehabt, das Ding kaputt zu tun, ja. Nee, eben, ja, das war so eine Sache. Mein letzter Civic, den ich hatte, bevor ich zu VW bin, da war auch, weiß ich noch, den habe ich da abgegeben beim Händler. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, zwei Monate später bin ich irgendwie zur Inspektion und habe noch irgendwas abgeholt. Und dann stand da auf dem Hof, total Schrott. Hat sich irgend so ein Jugendlicher, hat sich die tiefer gelegte Kache gekauft. Und dann hat er ihn zerlegt. Und hat ihn zerlegt, weil er nicht mit klargekommen ist. Weil das war halt, damals waren ja Autos noch, die haben ja teilweise übersteuert. Gerade auch die Bremsen waren nicht so geil. Also das muss man sagen, die haben halt. Ja, das ist ja eine nächste Sache. Der ist dann tiefer, dann liegt der Schwerpunkt tiefer, dann taucht der tiefer ein, rutscht rum und all solche Sachen. Und er war nicht so leicht zu fahren. Also ich habe ihn auch ein paar Mal so ein bisschen gerutschen lassen, aber du wusstest ja, wie das Auto reagiert. Und gerade wenn du Fahranfänger bist, hast du ja überhaupt keine Ahnung, was du da machst. Da bleibst du auf der Bremse stehen, anstatt vielleicht mal runter zu gehen, damit du lenken kannst. Weißt du, so die Leute, die dann voll auf der Bremse stehen bleiben und, der Lenkerad lenkt nicht mehr. Ja, wie so die Lenkerad. Ja, ja. Anstatt mal die Bremse aufzumachen und dann vielleicht auszuweichen und ist halt unter ein Auto drunter gerutscht. Der war total aufgerutscht. Habe ich noch ein, ich glaube ich nicht mehr, ne? Ist doch fotografiert, ne? Ja, ich bin so davor und denke so, das ist doch mein Auto. Ja klar, die Felgen kenne ich. Auspuff, das ist meiner. Und vorne den Motor aber voll aufgerollt. Weißt du, wie so eine Sardinenbüchse. So richtig weggeschabt. Das ist schön. Oh mein. Und ich habe den gepflegt, weißt du, so ein schöner, der hatte so einen schönen blauen Lack gehabt. Der hatte die, ach, naja, egal, war ja nicht mehr mir. Hatte dann einen, Jetta? Ne, wie ist das andere? Bohrer. Bohrer. Oh, cool. Vorher hat sich immer gedacht, wir nennen das mal anders als in allen anderen Ländern. Den Bohrer fand ich auch klasse. Den hatte ich auch klasse. Der war in diesem Admiralsblau, weißt du, dieses VW-Admiralsblau, wie so ein Straßenschild sah das Ding aus. Mein Bruder fand es super hässlich, war zu auffällig. Und das war halt der erste mit 1.8T-Motor. Der 1.8T war ja der Motor. Den hatte ich im Audi auch dann. Der gab ja überall drin. 160 PS hatte ich den. Der war im TT drin mit 200, bei mir 180. Der Motor war krass, der konnte es da alles draus machen. Ja, aber meiner nicht, meiner war kaputt. Er hat irgendwo Falschluft gezogen, VW hat es nicht gefunden. Ich habe wie viel Geld investiert. Ich habe es nicht rausgekommen. Der hat nie die volle Leistung gehabt. Der hatte irgendwo einen Haris und hat dann immer gegen die Motor-Kennlampe an und hat gesagt, Valschluft, Valschluft. Und den habe ich dann damals für 4.000 Euro oder 4.000 Mark, das müsste Euro schon gewesen sein, habe ich irgendwo an einen verkauft, der die Dinger nach Afrika überführt. Der sagt, in Afrika sind die auch ein König, wenn sie so ein Auto fahren können. Und die klemmen mal die Motor-LED einfach ab. Das ist dem Ding mal gerade egal. Das ist dem scheißegal. Ja, der hatte halt, der hatte irgendwann, ist der immer in so ein Notlaufprogramm gegangen. Wenn ich abends nach Hause gefahren bin in Frankfurt und stoppe einen Go-Verkehr so eine Stunde lang, weißt du, wo der Kupplungsfuß schon schmerzt, ist der zu heiß geworden teilweise im Sommer und ist in so ein Notlaufprogramm. Und dann denkst du, was ist denn hier los? Der Turbolader geht nicht mehr in nichts. Das Ding fährt wie ein Sack Nüsse, fährt wie so ein 40 PS-Pro-Lochin. Und den habe ich dann verkauft, weil es mir auf den Sack gegangen ist. Der ist ja blöd. Ja, und dann ab dem Zeitpunkt habe ich nur noch teurere Autos gekauft. Diese Halbgarn. Wie ist die Katze da im Hintergrund? Ja, der Katernist. Ach, schau. Haben wir das gehört? Wie geil. Ja, ja. Das ist easy. Easy ist immer krank. Easy ist der arme schwarze Kater. Der rotzt hier rum. Ja, ja. Die sind mir jetzt da aufgekommen, wir amerikanisch. Du bist abgedriftet und wir sind bei amerikanischen Kasernen, bist du irgendwie links abgebogen und dann war es ein hundertster Weg. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob wir darüber nicht schon mal komplett geredet haben. Und manchmal bin ich mir auch nicht komplett sicher, ob das überhaupt persönliche Informationen sind teilweise. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass du im Nachhinein nochmal gesellschaftskritisch, da vielleicht strafrechtlich nochmal Besuch kriegst. Aber mach dich morgen. We've got your back. Wir haben, nee, so nicht. Nee, nee. Also, gut. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich alles merkt. Das stimmt schon. Also, ich könnte jetzt, würde jetzt behaupten einfach, dass die Geschichten, die du heute bisher zum Besten gegeben hast, noch nicht in dieser Art und Weise wiedergegeben wurden. Also, die Zeit bei den Amis war eine aufregende Zeit, muss ich wirklich sagen. Das glaube ich dir. Das war wie ein komplett neues Erlebnis. Und das war wirklich unfassbar. Und das war halt auch wirklich so eine Zeit, wo du so die ersten Worte gelernt hast, außerhalb von deinem Schulenglisch, weißt du, so. Das waren ja ganz viele Dinger, die du dann da mitgenommen hast. Ja, klar. Aber so richtig Englisch konnte ich auch nie. Ich habe das nie gelernt. Ich habe mich nie getraut. Das habe ich erst bei diesen Amerikanern, wo ich bei den, also ich habe für eine deutsche Firma gearbeitet, die praktisch die, also ein Sicherheitsunternehmen gearbeitet, die praktisch die Kasernen bewacht und dort habe ich EDV gemacht und die EDV, da musste ich halt hin und dann weiß ich noch, haben wir die eine, habe ich das erzählt, wo wir die Kaserne eingerichtet haben mit EDV und dann sagte der Typ so, ja jetzt mach mal eine Schulung. In Englisch. Ja, in Englisch natürlich, weil die reden ja nichts anderes. Ich so, Digga, ich kann doch nicht erzählen, wie soll ich jetzt die Systeme erklären? Und mit meinem Schulenglisch, das waren so, das waren die Anfänge. Hast du den gemacht, ja? Das war meine Zeit, als ich in diesem Unternehmen gearbeitet habe, das war meine Zeit, wo ich gelernt habe zu sprechen. Das ist wie so. Hast du denn gemacht? Ja, ja. Du hast dann auf Englisch eine Schulung gemacht. Für die Systeme, die wir gerade eingerichtet haben, ja. Und so mehr schlecht als recht oder, ja wahrscheinlich hat er dir geholfen. Ja, ja, die waren, da ist keiner böse. Die Amerikaner können so einen großen Teil auch kein Englisch. Also gerade die Guards, die dort sind, das ist ja wirklich so in Amerika, vielleicht ist jetzt auch ein bisschen Vorurteile oder sowas, aber die meisten Amerikaner, die zur Armee gehen, die gehen halt zur Armee, weil sie sonst keine Chance haben, irgendwie einen Job zu haben oder Geld zu verdienen. Das ist halt ein Job dort, weißt du, das ist, deswegen sind so viele dort bei der Armee, weil das einfach die Chance ist, einen Job zu bekommen, der gut bezahlt wird und die Amerikaner, die wiederum dann in Deutschland stationiert sind, das ist dann wieder die nächste Stufe des Ganzen und dann hast du halt teilweise Leute, ich weiß, der eine Typ, da hat er in meiner Teeküche gestanden und hat sich unterhalten und ich dachte, was spricht der für eine Sprache, sag ich zu mir, der sagt, das ist Englisch. Ich verstehe ja kein Wort. Der hat so, so viel Slang drin, weißt du, so, ich glaube, der Eltern aus Polen und er bei den Amis und, hast du nicht, ich habe es nicht verstanden, das war dann wirklich der Part, wo du dann nur den straighten Typen, weiß ich noch, habe ich das erzählt von dem Typen, der einstellt bei dem Sicherheitsunternehmen, das war so ein ehemaliger Colonel, der war so richtig, so ein Igelschnitt, weißt du, so hier, wie der Typ da aus Avatar, weißt du, dieser, nicht diese Kant oder so, aber es war ein Rauchkaffee mit seinem Coffee-Muck, weißt du, da habe ich auch den Muck, also den Becher, habe ich erst mal kennengelernt als Wort, also Muck oder sowas und Among Shot, weiß ich noch, Among Shot ist ja ein Passbild. Das ist Muck Shot. Oder Muck Shot, Muck Shot, Muck Shot, das war das erste Wort, was ich so, ich habe nicht verstanden, er wollte ja, nee, der Muck Shot, ich, I don't know. Don't have a weapon? Is it forbidden for Germans? Nee, ich dachte immer, es ist Monk, also es ist der, 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 der Mönch. Der Mönch. Und das habe ich nicht verstanden, ja. Wieso soll ich denn jetzt einen Mönch schießen? Kommst du, nee, da hast einen Mönch bei. Genau, habe ich erschossen, über der Schulter. Dir. Kardinal. Boah, ich weiß, einmal habe ich bei dem Sicherheitsernehmen, habe ich Munition transportiert, das durfte ich eigentlich gar nicht. Habe ich unter meinem, unter meinem Sitz, unter meinem Fahrersitz, hatte ich zwei große Päckchen, 9 Millimeter. Zwei große Packen, die sind ja sauschwer. Hat man die aber aufgetragen, dass du das irgendwo hinbringen musst sozusagen. Ja, weil ich sowieso an dem Tag in die Kaserne gefahren bin und dann hat der für die Guards, sollte ich die Munition mitnehmen. Alles klar. Ich glaube nicht, dass das so ganz illegal war, äh, dass das so ganz legal war. Das ist hundertprozentig verbunden gewesen. Hundertprozentig. Es waren zwei Riesenpäckchen, die waren mit so, so fesse dicke Pappe und mit solchen Plastikbändern rum. Waren sauschwer. Weiß ich noch dir. Aber, du, ähm, jetzt stelle ich mal eine kritische Frage. Ja. Kannst du dir jetzt vorstellen, so, indem du jetzt durch, durch diese Erinnerung gehst und, ähm, dass da auch Leute abgezwackt haben, gerade auch was Waffen angeht und so? Von den Guards? Nee. Keine, ja, generell so. Wenn, wenn, wenn. Also vor so einem Verwaltungsbereich eventuell. Ich weiß, also was ich, ich habe heute noch oben in der Wohnung so einen, so einen Nightstick, weißt du, so einen Schlagstock liegen von der Zeit, wo ich da gearbeitet habe. Mhm, so und so oder so. Das sind ja, die sind ja, glaube ich, von uns verboten. Ja, ist verboten, ja, darfst du nicht. Also darfst du nicht draußen. Also hast du eine Attrappe davon. Nee, ich glaube, besitzen darfst du schon. Du darfst halt auch nicht draußen mitschleppen, schon gar nicht im Auto. Wir hatten Dinge alle im Auto. Jeder von unseren Leuten, Mitarbeitern, hatte so ein Ding im Auto, in der Seite drin liegen. Falls mal irgendwie, weißt du, weil du den Riot hier auf der Straße erwartest. Und das Ding ist ja echt, der hat mir gezeigt, der eine, Armin, hat mir gezeigt, wie man damit umgeht. Also, also wenn ich damit, da kannst du, machst du was, du machst, da sehe ich die Dinge kaputt. Und wenn du den so nimmst am Unterarm, nimmst du den so senkrecht, das ist ja wie so ein T-Stück. Ach so, so ein Ding hattest du ja, so ein richtiger Polizeiknüppel. Ja, so ein Nightstick heißt das, also der Ritterstock. Und wenn du den dann am Unterarm nimmst, kannst du den Unterarm schützen. Und wenn du damit senkrecht zuschlägst, hast du ja vorne ein Stück Kunststoff rausstehen. Das ist ja richtig hart Plastik. Da machst du richtig Dinge kaputt. Also, das ist, das war schon, ja, da habe ich immer eine Tür gehabt. Früher in Frankfurt sind hier überall die Drückerkolonnen rum. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn man hier einer, der hat mal einen Fuß in die Tür gestellt. Da war ich leider nicht da. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn da nochmal einer kommt, nimmst du das Ding, haust du mal kurz auf die Knie oder sowas. Dann zieht ihr den Fuß mit Sicherheit zurück. Ich habe auch gedacht, das habe ich dann im Nachhinein gehört, hat meine Frau erzählt, hat irgendein Drücker, hat an der Tür gestanden, wollte zu machen, hat einen Fuß reingestellt. Da habe ich gesagt, oh, schade, dass ich nicht da war. Ja, der Fuß hatte richtig wehgetan. Der hatte sich, der hätte sich. Der hätte noch woanders Schmerzen gehabt. Ja, aber mit Sicherheit. Also, sowas brauche ich aber hier auch noch. Ja. Den würde ich da draußen am Eingang sozusagen aufhängen, als Abschreckung für die anderen. Der würde dann langsam da verwesen. Das ist genau die Situation, hatte ein Kollege von mir, der war ehemaliger Boxer und war so knapp zwei Meter unheimlich breit, aber hat so eine riesen Wampe, weil er beim Fußball, bei den Huls da immer nur Bier getrunken hat und rumgehüpft ist. Weißt du, so ein paar Narben am Kopf hinne, weißt du, so vor den ganzen, wo er sich immer gefetzt hat. Ehe zwei Bierflaschen gab es schon. Genau, richtig. Und der war bei seiner Mama. Und dann hat es an der Tür geklingelt und die Mutter ist an der Tür. Und dann, ja, hallo, GEZ, bla bla bla. Und sie hat, nee, wir haben keinen Fernseher und ich lasse sie eigentlich auch nicht rein. Und dann hat es irgendwie geblaber gegeben, er kriegt das so mit. Und dann hat der Typ den Fuß in die Tür gestellt. Und er konnte immer so gut Geschichten erzählen. Er hat den Fuß in die Tür gestellt und dann hat er, ach, eine Einladung, warte, ich mach dir mal auf. Hat ihn genommen. Und ich habe immer diese Bilder von Asterix und Obelix im Auge, weißt du, wie Obelix sich den schnappt, den Römer am Hals. Ich habe ein paar gedachtelt und der Typ hat natürlich seine Unterlagen, seinen Koffer alles fallen lassen, hat die im Treppenhaus verspreut und hat, Hilfe, Hilfe, Polizei. Und der Kollege hat sich gesagt, ich habe mich nur gefreut, der hat den Fuß reingestellt, das war eine Einladung, habe ich die Tür aufgerissen. Das ist ja lustig. Und dann hat das so einen Spaß gemacht und hat ihn da rausgejagt und er hat gesagt, der kommt nicht mehr wieder, hat er gesagt. Aber es sind wirklich so eine, ich habe mehrere Videos in letzter Zeit gesehen, wo jetzt klar große, starke und auch agile, man sieht es in ihrer Bewegung, dass sie agile Menschen sind. Also die müssen irgendwas mit Kampfsport zu tun haben. Und dann kommen noch tatsächlich andere, meist auch kleinere an, die dann bis zu Weißglot provozieren, wo der Professionelle dann wirklich, wo ich sehe, da gibt es ein Video, der guckt halt so. Dann macht er innerhalb von 10 Millisekunden, macht er da zwei Schläge, sendet er voll aus. Also die landen extrem im Gesicht und der andere liegt, also er liegt, das ist einmal ausgeschaltet halt einfach. Liegt die nicht mit den Falschen an. Ja, der war es gewohnt, ich glaube, niemand würde dich hier irgendwie ernsthaft verletzen wollen, weil das gibt ja mehr Gründe im Nachgang. Aber dem hat das Spaß gemacht. Marianne, bist du sowieso der Idiot. Ja, ja, klar. Der hat sich halt gefreut, dass seine Mama, er war halt auch Mutter, beschützen, weißt du, hat mitgelegt, dass der da die bedrängt und hat dann gedacht, so, warte mal kurz, jetzt ist aber auch gut. Ja, ich glaube, der darf ja noch nicht mal den Fuß in die Tür machen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht laut. Das ist Nötigung. Das ist Nötigung, ja. Der darf ja nicht mal rein. Das ist nicht die Einladung, den da zusammen zu prügeln, aber... Natürlich nicht, aber ich meine, du hättest lustig, einen Hammer zu haben und der steht den Fuß da rein und du machst halt wirklich nur den großen Zeh klein. Das wäre halt irgendwie lustig. Wieso, wisst ihr? Der hat ja auch lange noch was von. Definitiv. Und das macht er auch nicht mehr mit dem Fuß. Das ist der Nächste. Du hast ja auch einen Lerneffekt. Ja. Love it. Ach ja. Fick eine Motte. Schon wieder so eine kleine Lebensmittel-Motte. Miss Motte. So eine kleine... Mimo. Da ist er. Komm her, du. Ist er erwischt? Ja, hab ich erwischt. Sie sind ja nicht so schnell, das ist ja keine Fliege. Das hätte ich jetzt aber nicht gemacht in der Hinschule. Man nennt mich auch... Biest. Karate-Schmidt. Nee. Keine Ahnung. Du bist eher Karate-Schmieger. Ja. Karate-Schmieger. So, da sind wir jetzt hier. Jetzt haben wir alles verfeuert, was wir hier... Ich wüsste jetzt nicht mal, wie wir jetzt aus dem Thema wieder rauskommen. Im Endeffekt ist das Ding jetzt durch für heute, glaube ich auch. Im Endeffekt besteht ja unser Podcast oft aus Storys aus der Jugend. Ja, stimmt. Aber das war toll. Aber ich mag das auch, sowas zu hören. Die vermisse ich irgendwie. Ja, weil es so anders ist, als das, was ich erlebt habe. Ja, das war halt die Gelegenheit. Nein, das war halt bei uns. Das war halt statt irgendwie, als Jugendliche sind wir halt, also als wir im Fürschen auch schon hatten, sind wir entweder Billiardspielen gegangen. Das war das eine. Also da war in Hanau-Steinheim war so ein riesen, ich nenne es mal Kneipe. Die hatten halt so Automaten da, Billiardtische, also Poolbilliard. Die hatten auch Snooker. War ja auch was Besonderes. Weißt du nicht, in der Kneipe steht ja so ein Poolbilliardtisch, aber kein Snooker. Die hatten Airhockey. Finde ich ja geil. So ein Airhockey-Tisch. Da hatte ich so richtig Bock drauf. Weißt du, mit dieser flachen Plastikscheibe und diesen komischen Püppels. Hat richtig Bock gemacht. Und das war so eine Zeit, wo ich an Automaten gedattelt habe. Da habe ich hier einen Monte gemacht. Ach, echt, ja? Na, sowas hatte ich auch nie gehabt, ne? Aber es war immer kontrolliert. Also immer ein Fünfer, Feierabend. Nee, nicht mal das. Also mich hat das überhaupt ja nicht gereizt. Den einen Abend haben wir das Ding leer gemacht dort. Ich bin hin, sag noch zu meinem Kumpel, spielst du mit? Er so, nee, nee, kein Bock. Habe einen Fünfer eingeworfen und habe auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, damals waren es 70 oder 80 Spreispiele. Und dann kam mein Kumpel vorbei. Na, ich werde schon noch mit. Man hat auch noch seinen Fünfer oben drauf geworfen. Ich denke, ja, du Arsch. Ja, Mann, und der Kumpel hat man natürlich jetzt nicht. Dann hat man den Abend, hatten wir irgendwie. Ich weiß noch, dass der Automat nicht genügend Bargeld drin hatte, meine ich. Oder irgendwas hatte nicht bei der Auszahlung nicht gepasst. Ich glaube, wir haben irgendwie nur so 90 Mark rausbekommen und da hätte er aber mehr ausgeben müssen. Ich bin mir gerade unsicher. Das klingt irgendwie voll wenig. 90 Mark. Na, das war damals schon viel Geld. Also das war ja. Ja, aber so ein Automat hat doch viel mehr drin, oder nicht? Eher so 900. Du konntest damals abfragen. Ich weiß noch, du konntest irgendwie diese Datteltasten, wo du diese Leiter, wenn du die auf beiden Seiten gleichzeitig drückst. Weißt du, wenn du die gleichzeitig gedrückt hast, hat er oben angezeigt, wie viel er schon ausgespielt hat und wie viel noch drin ist eigentlich. Das konntest du immer, da gab es so einen Trick, so eine Tastenkombination. Da konntest du gucken, ob es sich lohnt. Aber das hat sich gelohnt. Da hat man den Abend, hat man bezahlt. Wobei, das zählt ja ja. Das ist zwar auch Glücksspiel, aber das ist ja auch an jeder Tanke. So ein Automaten. Ich meine, heutzutage haben die ja alle, das sind ja keine Walzen mehr, sondern das sind ja so Bildschirme. Ja, ja. Ich finde Glücksspiel total, es geht überhaupt nicht an mich. Am Null, aber so ganz und gar nicht. Also jetzt heutzutage, muss ich sagen, weil ich weiß, wie viel Geld man da verzocken kann und wie selten man da gewinnt. Und ich weiß noch damals, das war halt zu dieser Zeit und da waren diese, wie gesagt, bei den Amerikanern, das hat sich gelohnt, weil da war die Ausstüttung auf jeden Fall höher. Also von denen Malen, wo wir da gespielt haben, ist wesentlich öfters wurde eine Auszahlung, was du und wenn du aus 10 Dollar 20 Dollar gemacht hast, das war ja schon ausreichend. Hat es den Abend auf jeden Fall finanziert. Du konntest auch das Geld behalten fürs nächste Wochenende, weil du musst deine 20 Mark dann nicht tauschen. Also ich hatte immer Dollar eigentlich einstecken zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Das war eigentlich so Standard. Nimmst du auch Dollar? Ja, du konntest bei McDonalds in der Umgebung, wo wir früher oft unterwegs waren. Das war ja die Zeit, wo du morgens um drei noch zu McDonalds gefahren bist und hast du noch einen Cheesy-Goat. Genau, so kurz vor. Für den Weg. Ja, das war. Als Betthupfer. Ja, wenn wir früher, wenn wir aus Frankfurt wiedergekommen sind, sind wir dann bei McDonalds eingelaufen auf der Hanau. Der hatte lang offen. Ich glaube, das war der Einzige, der zu dem Zeitpunkt bis halb vier oder so offen hatte oder drei. Ich weiß nicht mehr. Dann haben wir uns für den Nachhauseweg noch ein paar Cheeses geholt, die dann meist in der Tüte auf dem Tisch zu Hause standen, weil man völlig erschöpft eingeschlafen ist, weil der Abend dann doch ein bisschen anstrengend war. Ein bisschen anstrengend war, ja. Verstehe schon. Dann bist du morgens wach geworden, hast dir so einen kalten Cheesy reingezogen. Die schmecken ja auch in allen Lebenslagen. In jeder Konstellation kannst du dir so einen Cheesy essen. Die sind, glaube ich, unkaputtbar. Das ist wie so ein Karatzer Hosentaschenkitzel, weißt du? Ja, so ein Ding, das trocknet auch maximal nur. Das schimmelt ja nicht. Ich glaube, heutzutage würde ich sagen, ich weiß, wo die alten PET-Flaschen hingehen, weil irgendwas muss ja mit dem Zeug passieren. Die werden zu Burger Buns verarbeitet. Ja, genau. Und ein bisschen im Fleisch ist es auch drin. Aber das machen wir über das Tierputter. Fürs Mundgefühl. Mit dem Biss, mit dem festen Biss. Geil, der Rest, Heuschrecke. Ja, würde mich nicht stören, solange es schmeckt. Tatsächlich nicht, nee. Ich mag jetzt Heuschrecke nicht so essen oder irgendwelche Sachen. Doch, würde ich schon machen, ja. Ich glaube, das wird gut schmecken. Ah, so eine ganze Heuschrecke, das ist viel zu viel Chitin. Das schmeckt, glaube ich, nicht. Chitin. Nee, schon frittiert. Oder Chinin? Nee, Chinin ist das, was in Tonic Water drin ist. Nee. War das nicht? Das eine ist Chitin. Chitin ist schon richtig. Chitin ist der Panzer. Ist der Panzer. Was ist Chinin? Das ist ein Zutat in Tonic Water, oder? Das klingt eher nach einer... Chinin. 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 Ja, Doppel. Chinin, Wirkung, Schwangerschaft, Kinder. Therati, wir haben mal gesungen. Getränke, ja. Was ist das? Eine Chinarinde. Aha, das ist irgendeine Chemie, die aus einer Rinde gewonnen wird. Mhm. Chinin-Alkoholide. Die chemische Formel ist C20H24N2O2. Ich weiß Bescheid. Jetzt haben wir was gelernt. Wenn Wasser schwer löst ist, klingt ja irgendwie illegal. Ja, ist das nicht... Ist Chinin nicht in Tonic Water, dachte ich? Tonic Water, richtig, ja. Ja, ja. Gefährlich! Ja, Tonic Water. Ich trinke Tonic Water gerne auch so. Also so, einfach in Wasser beigemischt mag ich. Also alles, was irgendwie in seiner natürlichen Form weißes Pulver gibt, ist bei mir irgendwie alles SARS. Das ist... Weiße Pulver kommen mir nicht ins... Kommt nicht in die Nase und nicht in den Mund. Nicht in den Mund, nicht in die Nase. Das ist schon mal vernünftig. Und ich lege mich auch nicht rein, frag nicht. Das ist mindestens. Das ist mindestens. Willst du auch nicht wissen alles. Ey, wir haben Wochenende. Also wir haben... Was ist Wochenende? Für euch ist es vorbei. Wir haben vier... Vier Tage frei. Also diese Woche habe ich so auf das... Auf diese vier Tage frei hingefiebert. Wirklich so bis heute Feierabend war. Und dann habe ich erst überlegt, mache ich noch was zwischen Arbeit und Podcast oder... Ich habe mich dann entschieden für Bubu machen. Habe mich dann hingelegt und... Das merken wir alle. Bin total zerstört gerade. Du. Das merken wir alle. Ja, meine Augen, meine Tränensäcke sind so langsam, wir sind hier abgeschwollen. Sehen die dich heute noch? Machst du heute noch einen Stream? Nein, nein, nein. Wer besser ist, so würde ich auch nicht machen. Heute ist frei. Hast du dich mal angeguckt? Außerdem habe ich viel zu viel... Nee, nee. Hast du die Woche viel streamt? Ihr habt ein paar Mal Smallhead gemacht, glaube ich, ne? Montag... Montag... Was ist heute Donnerstag? Nee, nur Dienstag, Dienstag, Mittwoch. Dienstag, Mittwoch. Also zweimal, ja, gut. Ja, 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 super. Ich habe reingespielt in Smallhead. Ja, habe ich gesehen. Ey, wir haben... Hast du ja wahrscheinlich gesehen. Wir haben gestern, weil mir diese Folge rauskommt, ist es schon gelaufen oder läuft an dem Tag. Da ist schon gelaufen. Dienstag, Montag... Nee, ist schon gelaufen, okay. Wir haben einen Bosskampf gemacht. Wir haben den Rhino-Bughammer bekämpft. Und dann haben wir an dich denken müssen, weil du ja mit Dark Souls so geübt hast, so diese, weißt du, so Pattern auswählen. Da wäre das wahrscheinlich für dich mit der linken Arschbacke. Ist sowas, ja. Ja, der macht so Sturmangriff, also nicht Sturm, wie so ein Stier, der angerollt kommt. Dann musst du mit der Steuerungstaste, kannst du wegrollen, kannst du den Angriffen ausweichen, dann piekst du mit dem Speer auf dem Bobbis. Und war dann doch leichter als erwartet, aber teilweise schwierig, weil bei Slash konnte er irgendwie die Tränke nicht einwerfen. Das hat so ein bisschen gebackt und hat dann irgendwie gehämmert, Ausdauertrank, ging nix durch. Und dann hat es auch mal gegriffen, hat irgendwie drei, vier auf einmal getrunken, das war ein bisschen komisch. Leider ist, heute kam noch mal ein Patch, ich glaube, das müsste mit heute dann irgendwie vielleicht auch behoben worden sein. Ich habe die Patchnotes noch nicht gelesen, ich weiß noch nicht, was drin ist. Aber cool, also so ein richtiger Bosskampf und es ist teilweise auch echt schwer. Also wir sind schon ein paar Mal gestorben. Und jetzt geht es so Richtung Spinnen und das ist so, wenn ich nur daran denke, wie die Viecher sich dann zusammenziehen. Das ist eine Open World, ne? Ja. Ja. Aber du hast ja diese Grundstory, die dich so ein bisschen leitet. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt gespielt hast. Ich habe nur ein bisschen, ich habe mir die... Du bist wahrscheinlich zu Herne, dann bist du zu dem alten Mann da. Naja, so weit will ich gar nicht. Dann bin ich da so rumgelaufen, habe ich ein paar Ameisen kalt gemacht, ein paar Bullet Ends. Dann gab es noch so einen komischen Feuerkäfer, so nenne ich die jetzt in echt. Dann habe ich mir einen Bogen gemacht, habe Schmetterlinge geschlachtet und dann habe ich erst mal ausgemacht. Ja, das ist geil, also es hat schon gut funktioniert. Es hat so ein bisschen die Skalierung von Valheim, nicht ganz so genau, weil viele Dinge auch anders gelöst sind. Bisschen schade finde ich, dass man nicht schwimmen kann. Zumindest ein Ansatz. Ja, du kannst bis zum Hosenboden ins Wasser und alles, was drüber weggeht, wenn du unter Wasser gehst, dann kannst du nicht hier oben schwimmen, bist du eigentlich schon eher tot. Und ich bin auch einmal mit einem Grashöpfer, wenn ich irgendwie über die Klippe gesprungen bin und im Meer gelandet, weil ich zu weit gesprungen bin und abgesoffen. Genau. Also da steht zwar Käfer freigelassen oder sowas in der Art. Ähm, ja. Ja, gut, das ist ja auch nur so ein... Ich finde es... Aber so finde ich das alles sehr hübsch, sehr stimmig. Mhm. Ähm, lustig, dass dann sein Charakter so ein bisschen, dass es so eine Art, äh, Elfenform ist, sag ich ihm, nenne ich es jetzt einfach mal. Finde ich, finde ich cool. Ja. Also es sind immer so ein paar Kleinigkeiten, die noch, also gerade im Multiplayer wird oft Sachen nicht synchronisiert, slashernden Dinge in den Kisten nicht gesehen und so, das muss man dann, du kannst ja zwar beheben, indem du was, ich hab da am Ende selber einsortiert, der hat mir das Zeug hingeworfen. Aber auch so, was da noch kommt, die ganzen Werktische und wie viel Tränke du brauen kannst, verschiedene Ausdauer, Lebenstränke, dann am Webstuhl irgendwie später Seide verweben und dann die nächsten Waffen sind halt auch recht ultimativ. Also das merkst du so richtig, weißt du, wo du vorher hier spießt, 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 spießt und dann machst du plopp und dann hast du auf einmal so ein One-Hit-Wonder gebaut, weil die Waffe entsprechend passt. Mhm. Das ist schon echt gut. Ach, die Welt ist superschön, dann siehst du überall so Überbleibsel aus, am Ende ist sowas wie so eine Autobahn sieht das aus oder wie eine Straße, eine kaputte mit einer Leitplanke und dann steht oben so ein großes Schild, irgendwie Smallland National Park oder sowas. Überall so Überbleibsel, also findest du an jeder Ecke, findest du irgendwas in der Höhle, ein altes Walkie-Talkie in dem Ding, irgendwie, du hast das Gefühl, als würdest du irgendwas auf der Spur sein, weißt du, so die ganzen Menschen, so eine alte Parkbank, die mit so einer abgebrochenen Latte, wo du dann hochrennen kannst, findest du eine alte Kamera und also nur offisch. Aber alles halt in Riesig denn, ja? Genau, ja, ja, alles in Riesig, also Überbleibsel von den Menschen. Ein alter Latschen steht rum, weißt du, der liegt so quer am Strand, da kannst du dann auch mal kurz so Untersprüfung finden. Für mich war passend so, einmal gibt es ja diese Bottle Caps, wie heißen die hier, Flaschendeckel, Kronkorken, die liegen ja überall und einen Schlüssel habe ich gefunden, so einen großen Schlüssel im Sand, das fand ich cool, weil ich dann so drauf stand und das ja auch sehr plastisch aussah. Ja, auch so die, 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 es gibt ja Jahreszeiten, also es wird ja Herbst und dann Winter und so weiter und dann haben sie wirklich völlig korrekt, liegt dann der Schnee so auf den Kanten von irgendwelchen Bauten. Also wir hatten draußen eine Wand testweise aufgebaut und in dieser Wand war ein Fenster und das Fenster war im Rahmen mit so Ästen, also wie so ein Ast gebogen und dann lag wirklich oben auf der Kante, wie es in real beschneien würde, lag da der Schnee und auch innen, weil kein Dach drüber war. Also fand ich super faszinierend, also diese, das ist auch so, am Anfang hast du, das muss man auch sagen, für die, die vielleicht hier zuhören, das auch spielen, am Anfang hast du die ersten Bauteile aus Blättern. Das erste ist ja eine Blätterbutze, weißt du, die sehr löchrig ist, da kannst du durch die Wände durchgucken, weil das aus wie so Grasfasern gebaut ist und dann findest du später, findest du noch Rinde, die du abbauen kannst und dann schaltest du praktisch sozusagen das Holz, die Holzbauweise frei und dann kriegst du nochmal x Bauteile mehr, also Biegungen und, 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 und du kannst mit R, kannst du jedes Bauteil frei bewegen. Da hast du wie so einen dreidimensionalen Anfasser, weißt du, mit so drei Pfeilen, so farbig in eine Richtung, kannst Bauteile in jede Richtung drehen, wie so ein 3D-Editor und kannst wirklich, also die Fackel, die du nochmal senkrecht den Boden stellst, kannst du dann im Winkel an die Wand stecken und, ähm, äh, äh, jedes Bauteil kannst du praktisch richten und da gibt's auf dem Community-Discord, da bauen die Sachen, da siehst du Bilder, wo ich schon wieder daneben stehe und denk so, okay, I'm out. Das ist, äh, viel zu aufwendig und, und dann kannst du später anscheinend nochmal einen Stein bauen, das ist ja das nächste dann wieder. Dann auch so, das Gewitter dann kommt wie bei Icarus, weißt du, so, wo du dann dich unterstellen musst, dann wackelt die ganze Hütte und, äh, die ganzen reitbaren Tiere, die du zähmen kannst, vom, vom Grashöpper bis zum Gecko, bis zur Spinne, bis zur Libelle, die du als Flugtier nimmst. Und es gibt so viele Sachen. Siehst du, die Libelle hab ich auch gefunden und da hab ich nicht rausgefunden, wie ich da jetzt irgendwie interagieren kann. Das kriegst du später erst, das kommt mit der Story. Du kriegst, praktisch am Anfang kriegst du von dem Eins, wenn du die Story fertig hast, kriegst du einen Grashöpfer, dann, nächstes Story-Teil ist dann, äh, Gecko und musst halt immer so weitermachen. Verstehe. Ja, es leitet dich sozusagen so ein bisschen. Es hat noch ein paar Ecken und Kanten, aber es macht weiterhin unheimlich Bock. Also ich hab so richtig auch Lust gehabt, dann wieder weiterzuspielen. Aber so Let's Play-Technisch ist es so ein bisschen wie Valheim. Also man muss schon ein bisschen, the grind is real. Also wenn du da groß bauen willst, sind wir schon ein paar Mal los oder neue Rüstung. Die Rüstungs-Design. Mann, 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 Mann. Gut, ja. Sieht so gut aus. Das sieht, wie hieß der hier, der Black Panther, hast du den gesehen, die Disney? Ja, ich weiß zumindest, wie er aussieht. Oder wie er aussieht, so mit dieser Maske, so eine komische Holzmaske. Und das eine, die eine Rüstung sieht so ein bisschen aus wie vom Black Panther, so ein Knochenstück über die Nase, das wird dann die Nase nachgebildet, dann wie so eine Brille davor. Sieht halt wie so ein, aus wie so ein Sekt mit oben so Fell dran. Ich zeige jetzt hier gerade, das nützt im Podcast eh nicht. Sieht richtig schick aus. Also das Design ist super. Also die haben da richtig, also für mich hundertmal besser als Grounded. Wenn es auch spielerisch vielleicht nicht genau das gleiche bietet, aber wie die Welt aussieht, wie realistisch das teilweise aussieht, ist super. Ich habe weiterhin Bock. Das glaube ich. Ich muss noch aufpassen, ich Slash da nicht überfahre, weißt du, mit dem ganzen Bedürfnis da weiter aufzunehmen. Ja. Lässt das schon was anmerken? Knickt das schon langsam ein, oder? Nö, nö, das nicht, aber ich glaube, ich glaube, der sagt dann auch von sich aus, wenn er keinen Bock hat, das ist ganz klar. Aber ich finde es alleine, fand ich es auch leichter, also, ja, ja. Ein bisschen beißen. Ja, die sehen cool aus, also definitiv, da gibt es ja ganz viele Rüstungen, ich gucke hier gerade bei Google ein bisschen. Und dann meinst du wahrscheinlich, dass das jetzt so eine... So braunes Leder und Knochenparts drin, das ist von Scuddy, ist das. Scuddy? Das ist der MPC. Ach so. Stehe. Die hat zwei, der, das ist ein Der, im Leben ist es eine Die, also hier, Grüße an dieser Stelle. Ja. Das ist der eine MPC, der gibt dir praktisch einmal zwei verschiedene Rüstungen. Die eine haben halt, du musst auf die Werte gucken, die einen haben halt noch eine Dämmung mit drin, also gerade gegen Kälte, das wird auch im Winter dann relevant, weil du dann die Kälte durch die Rüstung entweder abhältst und oder essen. Also du kannst auch Nahrung kochen, die halt Wärme gibt. Aber das hält halt nur so und so viele Minuten und das ist dann halt, du musst dir viel zu viel essen von dem Zeug, also es ist schon besser, wenn die Rüstung so warm ist im Winter, dass er dich warm hält. Ja. Nee, echt cool. Macht richtig Laune und die Patches kommen nach und die Roadmap sieht gut aus und ja, ich freue mich, wie es das Spiel noch entwickelt. Ja, und ansonsten, ja, sonst habe ich nichts gespielt. Ich werde jetzt Big Ambitions, werde ich jetzt einstellen, die, die jetzt hier zuhören, weil ich zeitlich nicht hinkriege. Ich kann nicht vier, ich habe jetzt drei Spiele gleichzeitig und weil es ein bisschen repetitiv ist, also weil die, weil die jetzt gegen Ende bezieht sich das eigentlich da drauf, dass du, dass du nur mehr Geld machen musst. Also der Onkel kommt an, mach mal 3000, dann kommt er an, mach mal. Achso, dann wird es nur immer mehr und immer mehr und du. Dann mach mal irgendwie, keine Ahnung, 200 oder mach nur eine Mille. Nee, mach zwei Millionen, mach 40 Millionen oder sowas. Also das finde ich dann irgendwie, das ist nicht spannend genug für mich. Und das Thema ist, dass halt so viele Spiele kommen. Ich habe jetzt die NDA für Fabledom fällt jetzt am Dienstag, also wenn ihr die Folge hört, am Dienstag, genau, da Fabledom, dieses Aufbauspiel, was unheimlich detailreich ist, was ein bisschen an Siedler erinnert und da will ich was zu machen, weil das hat mir beim Anzocken schon Spaß gemacht und da habe ich richtig Bock drauf, da dann was draus zu machen und da muss halt eins weichen, weil jetzt zwischen immer noch Valheim und Smallland und ich habe gesehen, aber Valheim ist halt richtig nachgezogen, ne, jetzt mit, also von den, von den, von den, von den Zuschauern her. Ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel ja ähnlich ist wie Smallland und das sind ja, ich glaube jetzt in den letzten Tagen, allein durch diese Smallland-Videos habe ich hier 620 neue Abonnenten, wo ich im Durchschnitt so vielleicht 200 im Monat gemacht habe. Also ich habe ja nicht, mein Kanal ist ja nicht sonderlich, wächst ja nicht sonderlich schnell, was auch nicht wichtig ist, also das mal abgesehen. Und ich glaube, da kommen immer mehr Leute rein, die dann sich auch sowas angucken. Deswegen, die Aufrufzahlen, die ja am Anfang schon tot waren, sind jetzt auf einmal wieder völlig in Ordnung. Das habe ich auch gesehen, als ich mir hier... Also wenn so ein Video 3000 bis 4000 Aufrufe macht nach 24 Stunden, ist das schon echt top. Also mir langt das. Ich muss jetzt auch nicht so viel... Aber ich habe halt jetzt drei Spiele, die ich parallel spiele und dann möchte ich halt auch... Gerade Faiblum ist auch mal was anderes, das ist dann wieder so ein City-Builder, weißt, wo du ein bisschen aufbaust, so ein bisschen Siedler, einen Holzfäller baust und so. Und das hat ja einen unheimlichen Charme. Das war ja das mit diesem Sprecher, der dich die ganze Zeit zutextet. Der hat ein Lied vom Subscribe-Button, nee, was von der Wunschliste bei Steam erzählt und so ein Kram. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das hat unheimlich viel Charme. Ja, und da werde ich dann schwenken. Und es tut auch im Kanal grundlegend gut. Das merke ich immer wieder. Immer, wenn ich Abwechslung reinbringe... Weißt du... Naja, du veränderst was und dann... Ja. Ich habe ja selber auch Bock. ...jemand gezwungen zu reagieren. Ich habe ja selber auch Bock. Weißt du, wenn ich dann merke, Big Ambitions, okay, das war am Anfang unheimlich geil, aber jetzt ist so ein bisschen einfach nur mehr Geld machen und das nächste Geschäft einrichten, das finde ich persönlich spielerisch nicht so aufregend. Also so... Einfach den nächsten Laden, der noch mehr Umsatz macht und immer nur mehr, finde ich persönlich langweilig. Ja. Da muss dann irgendwie schon ein spannenderes Ziel dahinter liegen oder größere Aufgaben und ich denke, gerade Big Ambitions kann sich auch noch Zeit lassen. Das ist ja im Early Access und bis dann dann die nächste Alpha kommt, die dann neue Inhalte bringt, dann kann man ja gucken, ob man da nochmal weitermacht. Ja. Oder halt nicht, wenn dann Nightingale rauskommt oder sowas. Ja, richtig. Die Playtests waren jetzt, war jetzt gerade ein Video oder ein Bericht von den Entwicklern über Nightingale, über die Playtests. Ja. Die waren sehr erfolgreich mit... Ich habe da was gesehen. Wie viel gecrafted worden ist, wie viel... Das habe ich gesehen. Das ist schon krass. Wie viel... Ich habe noch mal nachgelesen, ne? Erste Hälfte diesen Jahres. Achso, die haben noch knapp zwei Monate haben sie jetzt. Naja, knapp. Wir sind Anfang April. Für Early Access steht es auf ihrer Website. Ja, ich habe Bock. Ich brauche das jetzt. Ich freue mich sehr drauf. Ich spiele gerade... Aktuell spiele ich wirklich nur Battlefield und warte darauf, dass nochmal ein paar mehr Leute zusammenkommen, dass wir zusammen ein bisschen... The Hell and Loose spielen können. Ich habe gerade einfach Bock auf Shooter. Battlefield spielt sich hervorragend. Smallland nicht. Was? Smallland ist nicht... War jetzt gerade einfach nicht... War jetzt einfach gerade nicht so... Das macht richtig Laune. Da hätte ich auch Bock, mal so außerhalb der Reihe auf einem anderen Spielstand mitzuzocken. Das hat mir immer Spaß gemacht. Also müssen wir mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Ich finde sie nicht scheiße. Überhaupt nicht. Aber... Hatte ich nicht so gezogen. Passt gerade nicht in meinen Kopf oder so rein. In meine... In mein Sein. Ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt... Ich weiß doch... Was wird es denn jetzt hören? Hast du mal das Halls of Termint gespielt? Nee, habe ich nicht. Hätte ich... Da hat gerade ein Update sehe ich gerade. Was? Halls of Termint? Haben wir doch in dem einen Abend... Also gut, das hast du wahrscheinlich mit einem halben Ohr mitgekriegt. Halls of Termint. Naja, dann... Dieses... Da warst du auch da. Du hast aber, glaube ich, parallel Battlefield gezockt. Wahrscheinlich nicht so die Aufmerksamkeitsspannung. Ich merke, dass ich bei euch noch da war. Genau. Halls? Halls, also H-A-L-L-S of Torment. Kann ich sehr empfehlen. Können wir eigentlich mal mit reinnehmen, oder? Hier für diese Folge. So als... Als Tipp. Das war wieder so ein... Stimmt, das habe ich gerade... Empire, so war etwas ähnliches Spiel, ja. Habe ich am Rande mitgekriegt. Sehr empfehlenswert. Hat Look von Diablo 2 so ein bisschen. Und hat viele Sachen, so wie einen, den er aus dem Knast... Aus dem Knast, weißt du. Aus dem Verlies befreien muss und so weiter. Und das ist praktisch die Demo. Die Prelude-Version mache ich jetzt hier mal rein in die... In die Podcast-Beschreibung. Lohnt sich. Oder habe ich es beim letzten Mal schon drin gehabt? Nee, hast du nicht, nee. Okay. Das war wirklich überraschend gut. Also unter diesen ganzen Vampire Survivors ähnlichen Ablegern war das eine super... Also super. Eine gute Version. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Da kann man jetzt... Spiel inszenieren. Achso. Prelude. Okay. Ja, das ist die Demo, aber die spielt sich wunderbar. Also du kannst so richtig... Ist auch schwer. Also muss man schon sagen, wenn dann... Das geht immer so 30 Minuten. Da läuft praktisch ein Timer runter von 30 Minuten auf 0. Und so ab 20 Minuten, wenn die durch sind, dann geht es zur Sache. Da musst du schon richtig gut aufgerüstet haben, damit du da durchkommst. Kann ich echt... Also ist schon sehr anspruchsvoll. Da musst du schon gucken, dass... Fischi hat es gezockt, der war auch begeistert. Der ist ja auch so dafür... Zu haben. Zu haben für solche Spiele. Ja. Nee, es... Hört mir gut. Ich verstehe es. Reshaping Mars habe ich mir noch gekauft. Reshaping Mars ist ein Indie-Titel aus dem Solo-Entwickler. Und da geht es darum, dass du den Mars-Terra formst. Und das ist so ein bisschen wie bei RimWorld. Wenn du die Kugel siehst, die Weltkugel, kannst du dir so eine Parzelle aussuchen. Und dann kannst du da so reinzoomen. Und dann siehst du praktisch die Oberfläche, wo du Erze abbauen kannst und solche Sachen. Und dann baust du so Automate... Hier, da hast du da auch gerne gespielt. Wie heißt es denn? Factory. Ja, genau. Faktorio meinst du. Faktorio, genau. Im Faktorio-Stil. Und das Spiel kostet gerade mal... Ah, ist wieder der Sale ist vorbei. 8,19 Euro. Ach du... Ja. Ja, verstehe. Also es hat irgendwie 6,55 Euro gekostet, als ich es gekauft habe. Ja. Das hat ein... Ich habe es selber noch nicht intensiv reinspielen können. Ist aber mit sehr positiv bewertet. Und... Ich muss es halt mal spielen. Morland hat mich ein bisschen rausgeholt. Hast du gesehen? No Man's Sky hat schon wieder ein Update. Ja, No Man's Sky hat mal wieder ein 6 Gigabyte. Ich mache das Spiel komplett anders. Ja, aber die hat einfach eine neue Fraktion reingebracht. Wir haben gestern... Gestern haben wir noch gerätselt. Zeige Stunden habe ich noch gesagt. Ich glaube, er hat es gesagt. Ich verratere das. Ich glaube, es ist halt Spaß. Und dann haben wir noch gerätselt und haben gesagt, wahrscheinlich ist der Murray, der Chefentwickler, ist das so ein Ding so... Weißt du, wie so einer, der sich selbst geißeln muss. Weißt du, so wie du den Bußegürtel anlegst. Und ist da irgendwie der Crunch-Time so. Wir müssen alles... Der muss durchziehen. Der muss jetzt durchziehen. Der muss jetzt praktisch das Spiel... Muss immer wieder regelmäßige Updates und so, dass den Leuten die Kinnlade runterfällt. Anders können wir hier nicht mehr raus aus der Nummer. Wir müssen uns... Ich meine, der hat schon längst... Das ist ja schon so. Es ist ja schon so, dass die Leute sagen, okay, krass. Das ist ja wirklich nur positiv. Ich habe in diesem Zuge habe ich mir halt so noch mal Steam-Reviews und sowas alles angeschaut. Das Spiel ist bei größtenteils positiv. Sehr, sehr positiv auf die letzten 30 Tage oder sowas. Ist das doch, glaube ich, ne? Sehr, sehr positiv. Und dann hauen die halt schon wieder ein Update raus. Diesmal verändern sie... Gibt es so eine Art Korruption? Also nicht Korruption, sondern... Ich kenne es von Ark. So corrupted. Es gibt halt irgendein Zeug, was denn auch diese Sentinels und sowas alles befällt. Und dann neue NPCs, neue Ressourcen. Einfach so. Neue Schiffe. Die sehen auch sehr geil aus. Also... What? Das Schlimme ist bei dem Spiel, dass sonst die... Ich komme da nicht ran. Also müsste ich regelmäßig das Spiel spielen. Für so casual ist das gar nichts. Das ist wirklich nur für die Leute. Ich habe hier einen Kommentar gesehen, bei IGN habe ich das gesehen, ne? Das Video sozusagen, den Trailer. Und dann scroll ich so runter, guck mir Kommentare an und dann schreibt da einer, stell dir mal vor, du bist nicht in der... Du bist nicht Teil der Nomad Sky Community und siehst, dass dieses Spiel alle paar Monate ein neues DLC bekommt. Ja, ja. Das ist halt wirklich... Du musst dir doch auch von mir denken. Ja, vor allem kostenlos. Also ich finde, ab einem gewissen Punkt... Was kostet das gerade? 16 Euro? Die sind halt wirklich... Nee, 20. Die haben es halt auch geschafft, ne? Das Spiel zum Neupreis erst anzubieten. Dann ging das ja krass runter bis wahrscheinlich kostenlos oder so. Und jetzt haben sie fast den Neupreis wieder erreicht. Das muss da eigentlich erstmal hin. Ich glaube, UVP war immer irgendwo, da ist 50, 60 Euro oder 50 und dann gibt es immer wieder im Sale. Also das Spiel, den Vollpreis zu kaufen, macht eigentlich fast keinen Sinn, weil es immer wieder... Nee, natürlich nicht, ne? Aber die haben halt den Wert wieder hergestellt. Ja, ich finde auch, das ist langsam, könnten sie auch mal sagen, jetzt können wir auch mal einen Fünfer verlangen, zumindest für so ein Wasser. Also das würde, glaube ich, die meisten Fans würden das zahlen. Ich wundere mich halt immer, denk, boah, schon wieder 6-Gigabyte-Update. Auch hier dieses, was Mario sich jetzt geholt hat, als zum Sale war das Forza Horizon 5. Oder wie ist das letzte? Forza Horizon 5, genau. Da gab es jetzt auch wieder einen Riesen-Update. Erst haben sie dieses Hot Wheels-Update reingehauen, jetzt haben sie einen Riesen-DLC dazugehauen mit Rally, also praktisch eine komplett neue Karte, wo du noch mal Missionen hast, noch mal mehr, noch mal mehr Open World, noch mal fahren. Und das war halt in diesem All-You-Can-E-Paket drin. Da gab es jetzt letztens, gab es im Sale für einen Fuffi oder sowas, gab es das ganz große Paket. Und das ist immer in diesen Add-Dons mit drin. Also du kriegst immer die DLCs, die normal 20 Euro kosten oder so. Also es ist auch so viel zu fahren und auszuprobieren in diesem Spiel. Da muss man jetzt halt auf Forza-Spiele stehen. Ich habe gesehen, Bob hat es sich geholt. Ja, der wollte auch irgendwie mal casual ballern. Ja. Casual Rennen fahren, hat er gesagt. Ich finde, das ist ideal, um mit dem Controller eben mal eine Runde zu fahren. Das ist das perfekte Spiel dafür, ja. Ja. Aber es ist echt cool. Also ich muss sagen, Hut ab für den Entwicklern. dass sie da noch so, dass sie das so am Leben erhalten und auch positiv und nicht nur irgendwie, also es ist ja wirklich richtig krasse Inhalte, die dazukommen. Es ist ja nicht einfach irgendwie, wir machen jetzt mal ein Reinschiff. Ja, ja, ja. Genau. Super, ne. Und ist halt auch nicht alles. Es ist ja auch das Drumherum und so, ne. Alles, was versprochen wurde, hat er im Endeffekt jetzt wieder, hat er im Endeffekt eingebaut. Alles, was versprochen wurde, ist eingebaut. Ja. Und jetzt geht's halt wirklich, jetzt machen sie nur noch, was habt ihr denn Bock? Und die haben ja auch so, so monatliche, wöchentliche Aufgabengeschichten, weißt du, wo du denn, wo du denn, wo du denn Koop mit anderen Spielern, so, so Missionen erfüllen kannst. Und dann kriegst du spezielle Flugzeuge oder spezielle Einhäer. Aber es sind unfassbare Sachen halt, ne. Das ist halt wirklich, das ist heftig, ja. Auch für die Langfristigkeit halt, da hat das Spiel sehr viel getan, ja. Ja. Das lange spannend bleibt. Ja. Ich finde das toll, toll. Das hat mich beeindruckt, das ist ungemein. Ja. Also ich bin, ich finde es auch super. Ich finde, aber wie gesagt, ich würde es gerne spielen, aber das ist so ein Spielwort, wo du nicht eben mal kurz rein spielst. Nee, 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 nee. Das ist so ein Grinding. Also nicht, ist ja nicht Grinding, aber es ist halt viel zu, du kannst super viel machen. Und irgendwo wirst du es ja auch miterleben. Oder irgendwo geht es ja darum, so ein bisschen. Jo. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in den YouTube-Verlauf. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde, 20 Minuten. Ebenso ganz locker, flockig. Manchmal, an manchen Tagen kommst du ja nicht, in manchen Folgen kriegen wir es nicht hin. Du hast das so ein bisschen gequält und heutzutage war es wieder im Flow. Ja, du warst halt, du warst halt auch wie so ein alterer Herr in deinen vergangenen Erinnerungen. Warst du so ein bisschen, genau so, das hat es ja fast noch gefehlt. Früher war alles besser so, das hat mir jetzt noch, das, darauf war ich so ein bisschen gewartet. Ich hab mir, letzte Woche hab ich mir ganz viel von Hi-Ren, hab ich mir nochmal die, äh, die Filmmaker-Reacts, Gitter-Teacher-Reacts, der dann so versuchte nachzuspielen und so ein Kram. Und das fand ich super spannend, zu sehen, wie jemand, der Filme macht, das bewertet, wie das Video von Hi-Ren war, wie jemand, der Musiklehrer ist, der dann auch so erklärt, wie die Musiktheorie dahinter ist, dass das nicht eben mal so runtergeplänkeltes Zeug ist, sondern das verdammt nochmal scheiße kompliziertes Ding zu spielen. Ja. Fand ich super spannend, also, das hab ich, ja. Ja. Punkt. Punkt. Ich faszinierde. Sondern ansonsten, meine Timeline ist ziemlich voll von, die Schuhmacher-Videos hatte ich beim letzten Mal geteilt, ne? Das war, glaube ich, beim letzten Mal war, ja, Christian Lebeton, genau, ja. Schuhmacher-Videos hab ich geteilt. Schuhmacher, oh ja. Schuhmacher, ja, dieser, dieser, der die Schuhe restauriert. Ja. Genau. Diese Woche, oder diese, diese Tage, das vom letzten Podcast, ist gefüllt mit Videos, ähm, ich such's gerade, und zwar, ähm, von Armwrestling, keine Ahnung. Es gibt den Schoolboy. Oh Mann. Nein, das hab ich nur, nur diesen einen Typen hab ich gesehen. Das ist so ein junger Mann, der sieht halt aus wie, mit Brille, wie so ein Nerd. Der hat die Technik gesagt. Das ist, glaube ich, ein gebürtiger Russe, glaube ich, oder tritt für Russland an, weiß ich nicht genau, und sieht halt aus wie so ein Bubi. Klar, wenn ein Arm dann anspannt, da die, die dicken Männer da rumdrückt, beim Armdrücken, dann siehst du schon, dass da was dahinter ist, aber er sieht halt nicht aus, wie diese, wie diese Maschinen. Ich würd einfach mal, ich find's total witzig, den Typen, weil er die einfach wegmacht. Ähm, ja, Schoolboy nennen die den, das ist praktisch so der, der Macher unter den armen Wrestlern. Und allein, wenn du das Thumbnail schon siehst, denkst du so, oh mein Gott, was ist mit dem passiert? Also was ist, der sieht so schmächtig aus im Vergleich zu diesen ganzen super kräftigen Armdrückern. Und, ähm, ja, hab ich irgendwie, Schoolboy, Laris, das Match in 2021. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber erklärt sich das, wenn ich jetzt gleich meinen zweiten Video-Vorschlag bringe. Ja, ich bin sehr gespannt. Was fospelt denn hier so? Ach, Entschuldigung. Kroschbild in dem Konflur rum. Ähm, ja, hau ich mal drüber. Warum ist das alles groß geschrieben? Das ist ja unangenehm. Ja, wird wirklich so gemacht. Ja, das ist der, der Vorschlag von meiner Seite aus. Punkt. Ähm, ich hab jetzt, äh, allerdings auch nicht mehr viel drin. Also bei mir schwankt er zwischen Russland, China, Europäische Union, Union Videos. Mhm. Neeps Gaming Videos guck ich gerade sehr viel wieder. Weil die so, die machen halt, das ist ja kein Let's Play, sondern die, die bauen immer eine Geschichte in das Spiel ein. Und das ist, das ist, äh, ja, hervorragend. Das macht Spaß. Und dann hab ich aber bei Viva La Dirt League. Hatten wir schon mal, hatten wir schon ein paar Mal. Das sind die Typen, die auch so Spiele, die so Spiele thematisieren in Real Life Sketches, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Und die haben jetzt angefangen über Survival Games so eine Art Reihe zu machen. Ein paar, äh, paar, ein paar Videos dazu haben sie schon. Ich fand die super, weil ich uns da 100% wiedersehe, weißt du, unsere frühen Anfänge in Survival Games und wie, ja, mh, ach, guck mal, der Darks gemacht, krass. Und dann, ähm, ganz kurze Videos, aber, äh, auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Das ist ja cool, ja. Viva La Dirt Week. Ich hab hier reingepackt, äh, das ist das erste Video aus dieser Playlist Crafting Your First Item in a Survival Game. Ja. Cool. Ja, und dann geht's noch um Griefing und sowas, weißt du, das ist so dann... Ja, das ist das, weil ich mir viel vor angucken, die hab ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hab, was ich noch geguckt hab, die Reihe, das fand ich auch super spannend, ähm, und zwar von, äh, JP Performance, hab ich ja lang nicht gehabt. Ähm, der hat grad so eine Reihe... Ich hab schon gedacht, du bist geheilt, aber doch nicht, ne. Nee, 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 der hat grad so eine Reihe, der hatte, ich muss ein bisschen ausholen, der hat eine Reihe, wo er Zuschauer einlädt, mit ihren Fahrzeugen vorbeizukommen, auf seiner La Sisee, das ist diese Hausrängstrecke, zu fahren und das Auto so ein bisschen vorzustellen. Also so getunte Autos von Zuschauern und da hat er einen jungen Mann, der hatte so ein, ich glaub so ein Ami oder so, das hatte der so einen, so einen hoch-PSigen und dieser Typ ist, äh, der fliegt, den Eurofighter bei der Bundeswehr. Hat er so gesagt, mein Fazit hat hier irgendwie 1000 PS, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel und, ähm, und dann sagt er echt, so Eurofighter, ist ja krass, so Düsenjäger und, ja, und dann haben sie irgendwie so ausgemacht, ja, wir können uns ja mal treffen, dann können wir uns mal angucken, wie dein Arbeitsalltag aussieht und jetzt hat er so eine Reihe, da hat er jetzt, glaub ich, schon drei Videos bisher und das vierte steht jetzt noch aus und dann hat er sich diesen Stützpunkt angeguckt bei der Bundeswehr, wie die da arbeiten und die Mechaniker in ihren Hallen, weil jeder, jeder, ähm, jeder, ähm, jeder, jeder Düsenjäger oder jeder Eurofighter hat sein eigenes Mechanikerteam, die dann vorm Abflug, weißt du, die ganzen Details da durchgehen und dann hat er gesagt, ja, wenn wir hier mal, äh, wenn wir ein bisschen mit dem Oberkommandanten reden, vielleicht kannst du ja mal mitfliegen und das ist halt nichts Gewöhnliches, also du kannst nicht als Zivilist irgendwie sagen, ich melde mich mal an hier mit so einem Düsenjäger mitfliegen. da musst du mehrere Sachen vorher. Genau und dann haben die den anscheinend überredet und dann jetzt das letzte Video und das fand ich so mit am spannendsten, da ging es um, also ich habe ein Video davor geguckt, wo er eine komplette Dreiviertelstunde ging, das Video, wo er praktisch beim Arzt ist, bei der Bundeswehr, wo er jeden Check-up macht, also wirklich, da wird ja bis aufs Detail, da wird ja vom Rückenmark geröntgt bis Sehtest, bis bla bla bla, Lungenvolumen und, 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 und und den Teil, den ich jetzt zuletzt geguckt habe, wo ich echt mitgefiebert habe, weil das auch so spannend gedreht war, fand ich, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ankommt, da ist er in die 10. Fuge gegangen mit so einem Druckanzug und musste für 15 Sekunden 9G aushalten, das ist die maximale Belastung in so einem Flieger und dann pft, pft, pft und dann siehst du seine Augen nach hinten, also das Gesicht so nach unten gehen und ich, also für mich war das wie ein Krimi, ich weiß jetzt auch nicht, warum mich das so fasziniert hat, ja, aber ich finde das total spannend und der hat sich dem gestellt und, ja, 9G für 15 Sekunden aushalten, wo sich dann wirklich auch danach hat er den Overall ausgezogen, wo dann die Gefäße platzen in den Armen, weil da so viel Blut reingedrückt wird und so ein Kram, also, ich weiß nicht, ob das, ich fände es super spannend, also, ich habe da mitgefiebert, weil ich fand, das hat überhaupt nichts mit Autos zu tun, ja, es ist null von diesem Kanal, was man da normalerweise sieht, aber zu sehen, wie viele Leute dahinter arbeiten, ja, genau, vielleicht tut er ja endlich mal was Gutes und das wird auch, also, ist das eine gesponserte Veranstaltung von der Bundeswehr oder ist das einfach nur jetzt einfach so passiert? der hat den Typen getroffen, ich glaube jetzt nicht, dass sie das so inszenieren, die wollen sich natürlich auch neu aufstellen, die Bundeswehr und sowas und gerade so Leute können ja andere Leute begeistern, ich finde es super spannend, ich sehe das für mich auch nicht als Werbung für die Bundeswehr, ich bin als technikinteressierter Mensch, bin ich dahinter, gucke mir das an und finde es faszinierend, wie viele Leute da mitwirken, dann gehen sie in den Mechanikerraum, wo der Elektromotor drin sitzt von der Zentrifuge und dann zeigen die Techniker, das sind ja voll die Gänge mit Luft und da muss der Luftdruck ausgleichen und da ist die Bremse, diese riesige und du stehst da und denkst so, boah, das ist, also das ist unfassbar spannend, fand ich das so, das alles zu sehen, weißt du, wie der Elektromotor arbeitet, die ganzen Werte, wie viel das Ding beschleunigt und dass er das geschafft hat. Ich habe wirklich, ich habe nur noch drunter geschrieben hier, ich habe die ganze Zeit mitgefiebert, dass du es geschafft hast, weißt du, weil ich fand das so faszinierend, ich habe da vorgesessen, ich habe das Video so parallel geguckt und ich habe kaum die Augen von dem Bildschirm lassen können. Das kann nicht jeder. Also ich fand das total spannend. Ich glaube, so ganz blauäugig würde das auch nicht gewesen sein. Nein, das ist unheimlich Vorbereitung. Das neue W ist schon krass. Der muss halt komplett gesundheitlich gescheckt werden, der muss so einen Zentrifugentest machen und jetzt demnächst fliegt er dann halt mit. Und jetzt darf er denn mal mit fliegen? Und dann fliegt er mit dem Typen und der ist auch super sympathisch, der Pilot da. Mich hat es total fasziniert. Ich weiß nicht, ob ihr euch das, wenn ihr euch das anguckt, ob es sich so ähnlich geht, ich fand es mein Riesenrespekt davor. Ja. Auch krass, so wie der dann erklärt hat, wie die Flugzeuge starten, so die alten Tornados, die halt eher so behäbig sind und so ein Eurofighter ist halt wirklich, der macht halt, der kann fast senkrecht davon eine Startbahn los starten. Und ich finde es auch gut, dass immer wieder gesagt wird, wenn wir hier, weißt du, wenn eine Rakete ausgelöst wird oder wir haben dann über diese Flares gesprochen, weißt du, diese Ertäuschkörper und so Kram, dann sagt er, dann ist ernst, das ist hier kein Videospiel, sondern wir reden über einen, das wünschen wir uns alle nicht, aber es ist ein Verteidigungsfall und das finde ich auch gut, dass man das so transportiert, weil wir leben leider in einer Gesellschaft, wo eine Armee notwendig ist in meinen Augen und dann sollte das auch mit Verstand gemacht werden und mit Leuten, die Bock drauf haben, also wenn man das so nennen kann, das klingt mir wie so, als würdest du ein Videospiel spielen, aber die das mit Passion machen. Das ist die eine Sache, genau, die, genau. Also die halt, die halt das ernsthaft machen und bewusst machen und dann finde ich das auch wichtig, also in irgendeiner Form, auch wenn ich selber nicht zur Armee gehen würde, wollte und ich habe auch gar kein Interesse, in die Süßenjet zu fliegen. Davon abgesehen auch nicht, absolut nicht. Ich fand es spannend, ich fand es einfach unterhaltsam und auch von der Technikseite super spannend. Ja, das glaube ich dir und das finde ich auch gut von ihm, das ist halt auch, auch das ist ja was, einfach was anderes, so ein bisschen, weißt du, und auch mal einen Blick in so was Spezielles kriegt ja auch nicht jeder. Genau, das ist das meine. Den raus, raus, an die Öffentlichkeit zu geben, ist doch cool. Ja, ja. Guti. Ich gucke mir hier den School Kid an, wie er den, diesen, diese Maschine weg macht. Die Muskelberg, einfach weg macht, ne. Und er guckt auch völlig unangestrengt. Ja, und er hängt den, so ein Schüttler, manchmal so den Kopf und sagt so, nee, das schafft er nicht. Dann haut er den da runter und dann haut er nochmal in den Aachen. Aber das ist, der Typ ist krass, ja. Das ist, der sieht halt wirklich nicht so aus wie so ein, sieht aus wie, man sieht schon, dass der kräftig ist. der sieht nicht, der sieht nicht, der sieht ein bisschen chubby aus, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen pummelig, ja, genau. Aber ich glaube, unter dem ist, das ist, ja, vor allem, was du da haben musst. Was für ein Typ, der ist fast einen Kopf größer als er und hat ein paar Arme. Aber das heißt halt scheinbar nichts. Nee, vielleicht ist auch ein bisschen viel Luft drin. Ja, krass. Oder Öl. Irgendwas. Da gibt es ja so Leute. Ich weiß nicht, wie drauf gekommen bin ich. Ah, doch, ich weiß es. Jetzt sind wir schon hier mit Überzeit an diesem Tag. Ja, ja, so ein Handel und ich dachte am Anfang, das wäre Fake, der hätte irgendwie so eine super, als wäre eine Fake Handel und es wäre gestellt. Der Typ hat einfach diese Kraft und hebt die Handeln an und macht dann so einabisch, ja, dieses ist mein Stronghand, dieses ist mein Stronghand. Kann ich kurz sauber machen, kann ich kurz sauber machen, diese 500 Kilo und pack die mal in der Seite. Casual. Es ist jetzt nicht so, dass er sich da groß anstrengt, also man sieht schon, das macht er so. Und der andere, der vorher gerade trainiert hat, ist halt voll die Maschine im Vergleich. Der hat, da kam die Adern aus dem Hals raus und der zieht das Ding so. Und dann guckt er noch so rüber. So, alles wieder gut, alles wieder gut. Anatoli heißt, jetzt weiß ich wieder, warte mal, habe ich da ein Video von? Hier, ich mache das letzte, was ich geguckt habe, warte mal rein. Anatoli heißt der, der ist so, der hat 4,3 Millionen Aufrufe und sein Kanal hat noch nicht mal eine Million Follower, also der muss jetzt ganz frisch sein. Ja, und das finde ich mich total faszinierend, der steht da neben diesen ganzen, is this your trainer? I have a tip for you. Und dann denke ich immer so, be careful, weißt du, wovor du hier noch, ja, crazy cleaner chucks girls in gym. Ja, ist so ein bisschen clickbait, aber sympathisch und wenig, ja, er bin nicht anstößig. Er macht so, nee, überhaupt nicht anstößig, gar nicht, also das ist, er macht einfach nur seinen Spaß damit, dass er unheimlich viel Kraft hat und, da die Gewichte. Und durch diesen, durch diesen Overall, ja, siehst du nichts. auch noch, nee, der sieht da gar nicht, wie, 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 wie stark er ist. Da sieht man ja überhaupt nicht seine Körperform. Man denkt, der ist total schlagsig. Aber wenn du genau hinguckst, dann kommt er ganz oft, kommt er irgendwo gegen. Der sagt da auch, wenn er das gemacht hat, I have a secret. Und er macht jetzt seinen Overall so auf und dann siehst du die Bauche und die Bauchungsgesinne halt wie so ein, wie so ein Waschbrett, also so, total ausdefiniert, weil er halt, ja, total witzig. Ich finde das total witzig, weil die Leute, diese riesen Viecher, die sich, weiß er, nur durch Muskelmasse definieren, das China nehmen und, äh, okay, was hier gerade passiert. Ja, jetzt habe ich doch noch ein Ding reingemacht. I'm sorry. Ach, geil. Jetzt sind wir bei anderthalb Stunden hier zu Ostern. Ja, komm. Osterfolge. Hat der Hase von euch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, habt euch ein bisschen erholt. Ich bin jetzt gerade kurz davor und freue mich sehr, dass ich frei habe und werde das wahrscheinlich auch hauptsächlich mit Extremcouching verbringen und wünsche euch einen schönen Start in die Woche, eine kurze Woche, vier Tage und wir haben euch hoffentlich diesen freien Tag hier mit dieser neuen Folge ein bisschen versüßt. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bleibt gesund. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob er es schon ausgemacht hat oder nicht, aber ich sage jetzt einfach mal. Nein. Was? Spaß, Alter. Äh, auch von meiner Seite alles Gute und alles Gute von meiner Seite. Hoffen, ihr hattet schöne Ostern. Genießt die freien Tage, falls ihr welche habt und freue mich auf euch. Bleibt sauber. Ich winke.